Herzlich Willkommen zum nächsten Tag, Dragons Dogma. Aber gehen wir rein ins Spiel, das bei mir zum Glück anscheinend flüssig läuft und werden auf die Bogenschütz-Quest gehen, auf die ich mich schon freue. Ich wurde nämlich gestern Abend noch von einem Elfen eingeladen, der so begeistert von meinem Bogen war und dem ich dann einen menschlichen Bogen gekauft habe und der jetzt trainieren möchte. Und ich muss zugeben, dass mir diese Quest doch sehr, mich sehr an mir herangetan hat. Aber ich fasse es jetzt gleich zusammen, ich gehe erstmal rein. Vom letzten Speicherpunkt laden. Hier stehen die Quest. Ist noch beim ersten Kaffee. Ich auch. Ich bin auch noch nicht ganz, bin ich gar nicht so lange wach. Vielleicht werden wir was über den Halunken erfahren. Ja! Guck mal, ich habe jetzt den Witcher. Da hinten. Ja! Stress nicht rumrock, komm her. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Oder wenn das Video hier auf YouTube erscheint, einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, wann ihr es anmacht. Herzlich Willkommen zurück zu Dragons Dogma 2, in dem ich endlich mal aussehe wie ein Bogenschützenjäger, dem ich nämlich am Ende des letzten Streams endlich eine geniale Rüstung bekommen habe, weil ich war in der Stadt, in dem Dorf ohne Namen, wo anscheinend die Diebesgilde wohnt und wo man weitere Diebe ausbildet. Und dann haben wir den gefunden, haben uns qualifiziert und haben mehr über den Souverän erfahren, also der, der sich als Erweckte ausgibt. Und das war wohl ein Verstoßener aus der Diebesgilde und er hat gesagt, na gut, wenn ich da jetzt verstoßen bin, der sollte eigentlich der Diebesgildenmeister werden. Der wurde dann von der Gilde verstoßen, weil dann hat er sich gesagt, alles klar. Dann hat er nämlich eine Wunde an der Brust gehabt und meinte, na gut, dann kann ich mich ja als Erweckte ausgeben. Und die Königin Regentin hat das gerne ausgenutzt, weil er ja kein Erweckter ist. Und ja, das müssen wir natürlich aber irgendwie ausnutzen, weil die Königin Regentin möchte natürlich ihre Macht behalten. Und wir sind der rechtmäßige König. Endlich mal ein Spiel, was das erkennt. Dann habe ich gestern am Ende des Streams, stand mir hier plötzlich ein Elf hinter mir. Und der hat die ganze Zeit meinen Bogen so angeguckt. Und hat gesagt, boah, ich hätte gerne mal einen Menschenbogen. Er hat gesagt, ja, könntest du dir gerne mal angucken. Habt ihr ihm einen geschenkt und jetzt soll ich ihn darin ausbilden, weil er darf sich noch nicht als Erwachsener nennen, weil jeder Elf muss wohl eine Bogenschützprüfung machen. Und hier, der neue Bogen. Mache dich nördlich von der Trevumine auf der Suche nach den Ruinen, in denen Glindvir trainiert. Und ich muss sagen, das interessiert mich schon. Und wir haben noch eine zweite Quest, die wir annehmen können. Da muss ich dran denken, denn der Sohn der Königin Regentin, der Sven, dem wir ja mal geholfen haben, von den Wachen zu entkommen, ähm, der hat wohl was rausgefunden. Dann sollen wir abends helfen und in ein Kammerchen gehen und auch wieder nach Hinweisen suchen. Ich hab so einen Zähler zwischen Rechner und Steckdose. Aber merkst du, Tice, hier läuft alles, guck mal, nachts mit Beleuchtung und allen drum und dran, mitten in der Innenstadt. Alles lecker, lecker. Oder? Hier läuft alles lecker, lecker, jam, jam. Guten Morgen, super. Meine Unterhaltung neben der Arbeit ist für heute gesichert. Ja! Morgen früh auch. Ah, nee, morgen früh müssen die meisten ja nicht arbeiten. Sowohl Feiertag. Das macht's für mich besser. Aber das zeigt mir, irgendwie muss es doch an irgendeiner Einstellung liegen, oder nicht? Oder wie gesagt, es gibt so viel Pech. Warte mal, wo schlafe ich nochmal? Da oben. Na, hier unten. Wo war schlafen? Ah, nee, in der Rastenwein, hier oben. Wer rastet, der rostet. Dann gehen wir mal. Rasten bis zum nächsten Morgen. Good evening. Ich möchte rasten. Bis zum Morgen. Ja. Guter Schlaf. Ich find's schade, dass ich mir hier nicht aussuchen kann, ein Abendessen zu machen. Ich zahl 2000 G und krieg nicht mal ein Abendessen, was mich bufft. Ich krieg noch nicht mal einen Buff. Sag mal, Lulu ist Morgensport. Ja, mal ein bisschen Morgensport, ne? Bei Lulu überlege ich nebenbei, ob ich ihr noch die Klasse demnächst anpassen soll, weil wir haben bald Laufbahn voll, dass ich sie nochmal zur Erzmagerin mache. Moin, Vicky und Frank, eben danke für den Follow. Bei Sonnenaufgang. Schau nach Osten. Vielen lieben Dank für den Follow. Der Riener heute grüßt dich. Laut, mächtig und inbrünstig. Mit dem schönsten Geräusch, was wir machen können. Und vielleicht finde ich auch mal den Ausgang. Wo muss ich hin? Zurück zur Weltkarte. Genau. Da muss ich raus und nördlich der... Ach du Scheiße, muss ich weit reisen. Das ist ja... Das ist ja nicht nördlich, das ist ja... Hinter dem Fluss, da war ich ja noch gar nicht. Ja, hoffentlich schaffen wir das. Opa, einen wunderschönen guten Morgen. Lass uns in der nächsten Stadt eilen. Ich würde unsere Gegenstände lieber verkaufen, als sie einfach wegzuwerfen. Welche Gegenstände? Sind wir so schwer? Wieso bin ich denn schon wieder schwer? Was habe ich denn jetzt schon wieder? Ja, 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 ja. Dann gehen wir mal die faulige Rippchen. Nicht kombinieren. Äh... Ach, ich sollte mal die ganzen Tränke, die ich habe. Ich habe, glaube ich, so viele Roborans... Oh! Den Goldkäfer noch nehmen, dann bin ich mindestens was leichter. Hackfleischroborans geben... Äh... Rock! Eins, zwei, drei, vier. So, geben wir mal hier was von. Geben, Rock. Geben, Rock. So, dann haben wir den... Spinnengiftbeutel. Ich habe doch gar nicht so schwere Sachen. Ach, warte mal! Unförmiges Auge, sowas wiegt immer viel. Ach, komm, Materialien mache ich mal kurz. Ich gehe noch mal kurz zurück. Materialien abgeben. Wann habe ich denn das unförmige Auge nicht abgegeben? Und proper viel Spaß mit dem Zapimoze, Werbefreiheit und dem wunderbaren kleinen Rino neben dem Namen. Angie! Wann hast du das denn heimlich gemacht? Äh, ich werde, glaube ich, in dieser Stadt nie eine Orientierung haben, ne? Nie werde ich wissen, wo ich am besten schnellstens irgendwo hingehe. Da ist... Ah! So einfach! Ja, wenn man auch 5000 Eingänge hat. Shakir's? Ich schaffte, was sind ja... Nicht! Guten Morgen! Irgendwie ist das Spiel leise. Kann das sein? So, die Stimmen sind auch leise. Da sollte man vielleicht nochmal gucken, ob ich da an der Lautstärke des Spiels was machen kann, weil das ist mir schon aufgefallen, dass das relativ leise ist. Danke für den Follower. Herzschel, komm. Äh, das kommt auch rein. Lulu, legst die mal die Sachen ab. Du hast alle Sachen, jetzt bin ich wieder im Mittel. Das geht. Ach stimmt, ich hab jetzt der starre Blick des Drachen. Da muss ich mal gucken, was der macht. Da muss ich... Und ich muss Explosionspfeile. Da würde ich noch gerne rausfinden, wie ich die crafte. Das muss ich noch rausfinden, weil Ölpfeile krieg ich gecraftet. Explosionspfeile muss ich noch irgendwie gecraftet kriegen. Guten Morgen, OJ! Einen wunderschönen guten Morgen. So, hier das Aquädukt. Ach ja, nach Sound wollte ich gucken. Einmal kurz. Aber ich hab den, glaube ich, auf volle... Gesamtlautstärke, ja. Hinter Sound, Effekt, Lautstärke, was leiser, stimmen, voll. Hier kann man vielleicht noch einmal und hier noch ein bisschen gegen... Gegnerstimmen, alles voll. Dynamik-Bereich, klein. Ja. Hab gestern von deinem Teamplayer erfahren. Besondere Taktiken schon zurechtgelegt? Ja! Hab ich! Versuch vorher, irgendwie vor diesem Turnier noch das Spiel zu spielen, um herauszufinden, wie es funktioniert. gestern hab ich, während ich gearbeitet habe, also in, ähm, in meinen Marketing-Job. Ist das ein Gegner oder nicht? Hab ich einfach mal, ähm, mir Rangers VOD angeschaut. Le... Was, 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 was? Hab... Warum... Entscheidend gehen die alle auf Jagd? Bongo Carl! Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt hab ich mir das Lied nicht angehört. Boah, der sieht aber cool aus. Ha? Also da muss ich sagen, cooler Basal. Das ist ein richtig cooler Basal. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Coole Klamotten. Äh, wo muss ich lang? Karte? Oh nein! Ich bin falsch gegangen. Ei, ei, ei. Erstmal diese blöden, äh, Wegpunkte. Alle entfernen, ja. Ah, ich werde... Da komme ich hier am Aquädukt durch und dann da hoch. Okay, hier sind die. Das ist doch... So, spring den mal an. Banz! Nein! Banz! Ich liebe diese Attacke. Tschüss! Wo sind denn die Hafien da? Weg mit dir! Ja, jetzt ist es lauter. Okay, das merke ich jetzt deutlich. Mhm. Achso, ich dachte gerade schon, das war ein Baum. Ich dachte, das nennt es die Klop, aber es war nur ein Baum und eine Apie davor. Oh, da oben ist ein... Okay, da muss ich gucken auch schon. Wen greift ihr gerade an? Okay, Lulu Level 22. Äh... Okay, da muss ich. So, das Ding nach hier. Hopps. Hopps. Jawoll! Hopps. Nein, da doch. Wer steckt denn hier die Truhe hin? Hey, Lazarus-Splitter. Cool. Arbeit fängt an. Kann auch was Schönes sein. Da... Da ist ja... Wenn man es ja so nimmt, ist das ja mal ein Teil meiner Selbstständigkeit. So kann ich... Könnte ich heute Morgen es ausdrücken. Ich kann wieder Drangstock mal spielen und kann sagen... Scheiße! Leute, Heilung! Ich bin ein bisschen tief gefallen. Hier. Ja, schön! Kommt jetzt nicht hinterher, weil die Augen... Man... Man kann sagen, Scheiße. Lulu, heil mich! Hallo! Hilfe! Ja, Master? Ja, guck dir meine Lebensenergie an! Ja, guck dir meine Lebensenergie an! Ja, ich bin noch runtergefallen, aber ich lebe noch. Ich liebe diese Sprungattacke. Ich könnte es den ganzen Tag machen, ne? Ich weiß nicht, ob auf ganz lang gesehen ich mir wünschen würde, dass es noch weitere vier... Also, dass es mehr Fertigkeiten, Abwechslung gibt. Dass man seinen Kampf ein bisschen... noch größer unterscheiden könnte. Was macht ihr denn da hinten? Oder ist das ein Vasal? Ach, ein Vasal, okay. Du kannst ja Jengstock mal spielen und sagen, Scheiß, Leute, Heilung. Ja, kann man sagen. Nein, das ist Arbeit. Kann ja sagen. Oh, Arbeit fängt an. Ich muss ja dann zugeben, dass, wenn man das sagen darf, ist schon die größte Ehre. Und das darf ich dank euch. Dankeschön. Wie ich ja jedes Mal schreibe, auch auf Discord, das ist ein Traum. Kann aber auch jeden sagen, der denkt, das ist wie privates Zocken. Das ist es nicht. Hab schon viele Freunde, die dann auch angefangen haben und relativ schnell dann aufgehört haben wieder mit Streaming. Das Lustige ist, dass man daran mehr Spaß hat. Also ich. Und das muss man auch dann, glaube ich. Aber ich hab nämlich genau das. Ich wollte mit übers Zocken labern mit den Leuten über die Spiele, die ich spiele. Das ist nebenbei auch für die, die noch nicht mitbekommen haben, wie ich angefangen habe zu streamen. Hab allgemein früher ja schon YouTube und Brand und alles gehabt. Aber ich hab... Keiner wollte, meine Freunde wollten mit mir Star Wars The Old Republic spielen. Und ich wollte mich halt darüber mit Leuten unterhalten, was ich da spiele. und dann hab ich's angefangen morgens zu streamen. Vor der Arbeit. Hab ich immer meine zweieinhalb Stunden weil ich wollte auch noch zusätzlich darüber hinaus bin ich nie so früh aufgestanden. Und meine Frau musste um sechs aufstehen. Hab gesagt, mein Name ist noch meine Freundin. Verlobte? Haben wir da schon verlobt, weil ich angefangen hab? Ja. Ähm. Dann hab ich einfach vor der Form, bevor ich ins Büro gegangen bin, zweieinhalb Stunden gestreamt. So fing das an. Ich wollte mit Leuten über ein Spiel quatschen während ich's spiele. Schwächung durchdrängt. Tutorial-Anzeige. Das erste Mal durchdrängt jetzt, oder was? Ist der Wolf noch da? Nein. Morgen, geht's, Sven. Vielleicht finde ich die Sound-Effekte jetzt noch ein bisschen zu laut. Das war ja Zack und zack. Nein. Ja. Ich bin gespannt, welche Fähigkeiten ich mal von den Bogenschützen nebenbei kriege, wo wir jetzt hinlaufen. denn bei der Diebesgilde haben wir so zwei Fähigkeiten-Rollen bekommen, welche uns eingeäscherte Klingen-Fähigkeit geben würde und noch eine Diebesgilden-Fähigkeit. Boah, können die sich gut verstecken im hohen Gras. Oh, der tröten Louis muss hier erstmal gekillt werden. Oh, der ist das geht . Ah, da ist noch einer. Irgendwie hilft mir Leve häufiger als meine Hauptbasalens. Blub so. Was, du solltest auch mal Pause machen. 90 Streams. Wie gesagt, viereinhalb Monate. Das sind quasi viereinhalb Monate durch. Also 20 Streams im Monat habe ich ungefähr. 300 vielleicht. Ja, die 100 würde ich auch noch erreichen wollen. Mindestens. Und dann ist es ja die 200. Und dann jeden einzelnen Streamen mein restliches Leben. Wäre schon geil, oder? Und, ihr könnt euch krank schreiben lassen, weil ihr müsst Rino schauen. Hätte was. Oh, der Ochsenkarren wurde angegriffen. Nein! Herr Ochse, ich helfe dir. Ich will den Mund kicken. Dann halt so. Ich finde so ein kleines Dankeschön dafür, dass ich euch geholfen habe. Wäre schon angebracht. Wir reden so über 5000 Gold. Obwohl, ich finde, die Reise ist ein bisschen zu günstig. Und hier, ich dachte, ich würde den Weg gehen. Aber ich glaube, deine Wimsen nehmen die Präsenz. Du schießt den Weg. Wann hast du... Ein wunderschön guten Morgen, Armeniel. Oh, was haben wir hier? Da ist der Nebenquest. 1, 2, 3. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Keep on like that and we'll be done here soon enough. You're a man. All things considered. Hey. Hey. Alles gut bei dir? Oh, ihr seid äußerst gütig. Für euch. Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine Sonnenblüte und 1000 Gold. Naja, besser als kein Gold. Oh, was ist das? Ist das ein Ogre? Ist ein Ogre, oder? Ach, so ein Ogre am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Kämpft aber gerade gegen Echsen, Mann. Komm, erstmal den Nervigen hier. Ach nein, die erwischen mich ja trotzdem. Ich will das mal sehen. Rock, greif an. Wer hat denn den Zyklopen erlegt? Was macht der denn da für ein Back? Kommt jetzt auch noch ein Greif? Hey, hör auf mich zu piksen. Ich pikse zurück. Ich pikse zurück. Arzneimittel bitte. Wie wäre es mal, den anzugreifen? Was hat mich nicht angespuckt? Jetzt ist er erledigt. Daneben. Nein. Ich habe mich nicht stark erwischt, aber eine ziemlich schwache Attacke von dem. Nein. Hallo, ich will Feuerpfeile. Lulu. Lulu. Dankeschön. Das ist der tote Dackel vom Bongo Karl. Den habe ich mir jetzt umgehangen. Habe ich so eine krasse Röstung? Komm! Es ist doch geil, dass er mich fokussiert die ganze Zeit. Oh! Autsch! Da denkt man, man hat einen gemütlichen Morgen und dann macht er sowas hier! Man sollte sich seines Tages nicht zu sicher sein! Ich glaube, ich kann fliegen. Das weckt Erinnerungen. Die Leichen größeren Monster bleiben einige Zeit anstelle liegen, an der sie gefallen sind. Ja, weiß ich. Ach, so weit. Ach, guck mal. Hm. Vielleicht sollte ich wieder umdrehen und dann auf den anderen über die Brücke. Lassst du bei euch das Spiel mir sagen. Das wollten wir nur zeigen, ich laufe in die falsche Richtung. Ja, Rock, komm, lauf! Moin, King Klops! Oh, schöner Wasserfall. Ist der Tice noch da? Ist Tice noch da? Wenigstens bist du jetzt wach. Och! Leute, Feuer! Feuer! Ich brauche Feuer! Ich habe Halt gesagt aus Versehen. Willi, Pfiffle, einen wunderschönen guten Morgen. Ich brauche Feuerpfeile. Lulu! Ich brauche Feuerpfeile. Feuerpfeile! Das war unglaublich. Und jetzt ratet mir mal, was mir nach 18 Stunden aufgefallen ist. Ratet mal, was mir gerade nach 18 Stunden ingame aufgefallen ist. Ich habe nicht einen Job. Mal sehen, ob jetzt jemand errät, was mir nach 18 Stunden ingame aufgefallen ist. Jetzt kommt's. Ne, Begleiter kommandieren weiß ich. Los! Anhalten! 3000 EP? Wofür habe ich 3000 EP bekommen? Für den... Den Schwanz abschlagen? Ne, das weiß ich schon länger. Das war ja schon im ersten Teil. Das Spiel langweilig ist. Nein! Zum Heilen bin ich immer so, habe Gegenstände ausgesucht und dann angeklickt. Guckt mal unten links, wo das Befehlssystem ist. Wo ihr unten links neben der Map seht ihr ja Hilfe zu mir und Halt. Moment! Ich drücke jetzt mal L1. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's ought to be found while we're here? Arzneitrank. Und dann kann ich zum Gegenstandmenü und dann kann ich sagen, wohin. Wo kann ich das denn eintragen, was da hinkommt? Wo sage ich denn aber auch welches? Wo sage ich, was da hinkommt? Wo kann ich das denn ändern, was da ist? Die Laterne sehe ich. Ich habe jetzt Arzneitrank und Hartknollen-Roborans. Wo kann ich denn einstellen, was da hinkommt? Oh Mann, hole ich mir das Game? Das ist halt echt schwer, ne? Bei manchen läuft es mit einer 20, 80, 30, 70 einwandfrei. Und Professor Dr. Shithead, es läuft ohne einen in den Optionen. Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Einmal automatisch das, einmal automatisch Ausdauer, einmal automatisch. Kannst du doch nicht automatisch nehmen. Vielleicht will ich einen stärkeren Heal. Dino, das Witzige ist, es hat anscheinend Zufalls-Aspekte. Das hat anscheinend, weil der Theis zum Beispiel, hat einen megakrassen Rechner. Auch mit einer 30, 80, einen megakrassen Prozessor und er kommt außerhalb der Stadt nicht über 50 FPS und innerhalb der Stadt droppt es manchmal auf 18 FPS. Auch auf niedrigeren Einstellungen. Valerian, genau das ist das weirde. Manche sagen einwandfrei ohne Probleme, bei mir ja auch. Ich habe nicht ansatzweise irgendeinen Job. Und andere reden mit einer 30, 80 von 70, 17 FPS innerhalb der Stadt. Ja, ja, aber auch mega CPU. Also der hat auch eine mega neue CPU. Und das ist halt so mega zufällig. Talion. Leech, ich habe doch keine Probleme. Was soll ich leechen? Ich habe ja keinen, ich hatte noch nicht ein einziger Job. Nichts ansatzweise. Das ist ja das weirde an dem Spiel. Dass einige berichten, das läuft gar nicht. Und andere haben nicht. Ich habe nicht, ich spiele seit 20 Stunden. Bin ich einmal in Probleme gekommen. Das sind elf. Aha. Die Performance soll gepatcht werden. Das Spiel selbst mit den Vasallen ist klasse. Ja, die Performance soll... Ja, aber dann nix auch. PC-Patch, ne? Sollte man irgendwann kommen. Natürlich. Das sollte ich. Das muss. Ja, das kann ich aber verstehen, Valerian. Kann ich total verstehen. Würde ich auch, wenn ich mir ein Spiel kaufen würde, ne Mega Rechner hätte und es funktioniert nicht. Da würde ich exakt das gleiche tun. Ja, ich sehe die Schatztruhe auch. Gucken wir mal. Lustigerweise habe ich einen AMD. 7800 3XT oder so, glaube ich, habe ich. Also ich habe gar kein Problem mit einer... Okay, da muss... Wo war die Schatztruhe da, ne? Oh! Wölfe. Es sah aus wie eine Spinne für mich, aber es waren nur drei Wölfe. Dankeschön. Es gibt Spinnen in dem Spiel. Kleine Spinnen gibt es, ja, in den Höhlen. Aber nur ganz kleine bisher. Ich mag Spinnen ja auch nicht, aber die sind ganz, ganz klein. Ich sollte vielleicht doch die... Hm, vielleicht sollte ich doch die, 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 äh... Äh... Das Lager nutzen, bevor ich die Quest angehe. Nur drei Viertel meines Lebens. Gibt es eigentlich irgendwelche Items, die das Max-Leben wieder erhöhen? Könnt ihr mir gerne schreiben. Äh, ich habe eine andere Frage. Kann mir jemand geben, wie ich die Spezialisierung von meinen Vasallen bekomme? Zum Beispiel Krämer. Äh, die findest du. Die findest du. Ich habe zum Beispiel die, äh, Spezialisierung bei der Lulu, äh, bekommen. Äh, die ist jetzt... Duk, 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 duk. Äh, Spezialisierung Wundarzt. Und das habe ich bei einer Quest, glaube ich, bekommen. Nicht bei der... Oder habe ich das einfach in einem... In einem... In der... In der Truhe gefunden. Das sind Schriftrollen. Die du findest. Wie komme ich denn da hoch? Und, äh... John Stepanlunkin. Ich hoffe, ich habe den Namen ansatzweise richtig ausgesprochen. Danke für den Follow. Herzlich willkommen. Hi, hallo. Wer sitzt auf dem Klo? Also, ich nicht. The creatures corpse will serve us well. Go right ahead. Oh. Oh, 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 oh. Ah, da geht's rüber. Nein! Nein! Oh Gott. So, jetzt hier. Wo wollte ich nochmal hin? Ich bin schon wieder... Okay, befreien wir mal kurz das Lager da. Oh. Nein! Nein! Daneben! Entschroudet hat keine Spinnen mehr? Oder gibt's einen Arachnophobie-Modus? Ach, du tröten, Louis, da wieder. Dankeschön. Man sollte immer aufpassen, dass man die Attacke macht, wenn man nach hinten springt. Nicht rückwärts, wenn man an einer Klippe steht. Oh, da hinten muss ich helfen. Dann gehe ich helfen. Gern geschehen. Himmel hilf! Ach, da! Ja! Was? Na komm! Oh, die Blitze waren gut. Der Hammers! Alles gut! Alles gut! Guck! Hey! Ist wieder alles gut! Captain Kirk, einen wunderschönen guten Morgen. Also irgendwie kommt die gerne in Probleme. Der habe ich doch gerade eben schon geholfen. Eine Sonnenblüte und 1000 G. Ja, dankeschön. Nutze ich jetzt das Lager, bevor ich die Quest mache? Genau, ich habe gefragt, ob es irgendwelche einen äh, Gegenstände gibt, die meine Max-HP eigentlich wieder erhöhen. Und ich glaube, die Antwort ist leider nein, ne? Aber das finde ich irgendwie so ein bisschen, das müsste auch, wenn sie schwieriger herzustellen sind, irgendein Item geben, dass das wieder herstellt. Gibt es aber leider nicht. Es gibt... Ach du grüne Mittel, habe ich viele Arzneitränke. Wo kriege ich die ganzen Arzneitränke her? Geben... Ja, Lulu, du kriegst mal ein paar. Rock auch. Rock ist ja immer noch sehr leicht. Wer hat denn eigentlich meinen... Keiner hat ein Lager. Oder? Ach, Lewa hat das Lager mit. Jetzt könnte ich eigentlich ihr Rock geben. Lewa muss ich leider auch irgendwann mal, die hat nur noch Level 18. Krass, Rock ist ein höheres Level als ich. Ich weiß doch das Item. Ich weiß ja, dass ich das Item habe, aber da muss ich ja wieder einen Tag vergehen lassen. Das war nur die Überlegung. Was ich ja meistens gehört, sind die Laufwege der Gegner respawn. Ich brauche mehr Ziel- und Reisesteine. Ja, die Schnellreise muss man schon... Das ist für manche nicht für schwache Nerven. Ach komm, Bestchen-Rippchen. An alle, die Hunger haben, ist es tut mir leid. Ein Rippchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. An alle Vegetarier und Veganer. Ich glaube, das ist da nicht so angenehm. Gibt gar keine vegetarischen und veganen Rezepte, oder? Das ist immer eine schöne, man muss immer nur Fleisch. Bis zum Morgen ausruhen. We have time for a short kip. We continue on our merry way. Nee, man kann keine Reisesteine kaufen, Valerian. Man kann nur Zielsteine kaufen. Reisesteine sind nicht zu kaufen. Und ich habe bisher drei gefunden. Ich weiß nicht, ob man sie irgendwo kaufen kann. Doch, man konnte sie kaufen für 10.000 Gold. 10.000 Gold. Was man sonst nutzen kann, was hilft, sind die Ochsenkarren. Nee, die gab es nicht für Echtgeld. Die Reisesteine. Nee, Zielsteine gab es dafür. Zielsteine. Böse. Zielsteine gab es für 2,50 Euro, 2,99 Euro. Das ist für mich eine Preispolitik, die ich glaube ich nie verstehen werde. Dadurch sieht man mehr von der Welt. Ja, aber das Dino ist ja kein Problem mehr von der Welt zu sehen. Aber du kannst doch dann an den Orten, das macht ja zum Beispiel andere, wenn du einen Ort erkundet hast, dass du dann zu dem schnell reisen kannst. Aber das ist Geschmackssache. Wie ist denn hier der Story-Fortschritt? Ähm... Du willst wissen, ob du gespoilert wirst oder nicht, oder? Vermutlich ist das die Frage. Äh... Ja, aber das Problem ist, wenn ich dir halt meinen Story-Fortschritt verrate, kann das ja schon ein Spoiler sein. Ich habe keine Ahnung, ob ich da rankomme. Lassen wir die da oben. Ich glaube, ich kriege euch da nicht hochgeschmissen, oder? Lulu, probieren wir es aus. Ich will nur gucken, ob ich dich da hochgeschmissen kriege. Ich glaube nicht. Kann ich die auch wieder loslassen, wenn ich die... Ähm... Bist du schon im Batal? Ich habe nur einen... Ne, im Batal bin ich noch nicht. Ich habe nur... Ich war beim... Ich war in dem Dorf ohne Namen. Und muss auf einen Maskenball. Da ist der Elb. Bin mal gespannt, was er zu erzählen hat. Oh, getreu dem Wort seid ihr gekommen. Das ist der Elb, von dem ich euch erzählt habe. Lasst uns sofort beginnen. Ich möchte eure Haltung beobachten. Also stellt euch hier hin und zielt auf die Ziele dort drüben. Und take your aim at Yon targets. Ich glaube, soll ich die treffen? Hier bist du, Master. Ich hoffe, du magst es. Ich habe es mir selbst gefunden. Ihr habt meine Gratitude. Ich habe viel von euch gelernt. Tatsächlich habe ich eine Entdeckung gemacht. Anders als die von Elbischer Machert sind von anderen Rassen hergestellt Bögen für feines Zielen konstruiert. Ist dem nicht so? Und für was sind Elbenbogen? Ja, also wir sind schon die Pumpguns unter den Bögen. Doch ich kann sehen, dass dies keine Offenbarung für euch ist. Ich nehme an, ihr dachtet, dieses Sein wäre allen Bögen gemein, ja? Das geht hier doch nicht für jene nach Elbischer Machert. Unsere Bögen werden nicht dazu gefertigt, die Hand zu lenken, sondern das Herz. Vielleicht werdet ihr den Gedanken seltsam finden, doch das ist die Perspektive der Elben. Und uns wird beigebracht, die Pfeile vernünftig abgefeuert werden, ihr Ziel treffen, ob eine Sache der Haltung wäre. Ich gebe zu, ich finde es selbst ziemlich rätselhaft. Vielleicht ist es meine Bogengrund deshalb nicht verbessert. Doch mit dem Bogen beginne ich zu verstehen. Lasst uns sehen, ob ich mich jetzt besser schlage. Getroffen! Ja. Was für eine Leistung! Ey, der guckt einmal zu und schafft es. Ich kann es glauben. Jeder einzelne Pfeil hat den Ziel getroffen, genau in die Mitte. Dieses Wunderding ist ganz und gar nicht wie ein Elbenbogen. Das Design ermöglicht Leichtes zielen und den unverwandten Flug jedes Pfeils. Dass er einen solchen Unterschied merken würde. Vielleicht bin ich besser für einen Bogen Fremdermachert geeignet, als die von meinem eigenen Volk. Ich glaube an das Herz der Pfeile! Ja, Captain Kirk. Und King Rollo, einen wunderschönen guten Morgen. Hermann, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist ein seltsamer Gedanke, aber wie sonst zu erklären, meine Pfeile sind noch nie so zielsicher geflogen. Ich hätte mich beinahe aufgegeben, doch es scheint, ich bin doch nicht völlig talentlos. Meine Leistung in diesem Bogen hatte mich solchen Zweifel beraubt. Aber die Genialität dieses Designs, wenn mein Volk sich nur ein Beispiel nehmen würde, ist es schön und gut, seine Haltung zu verbessern. Doch warum sollten wir nicht die Waffe perfektionieren, die so wesentlich für unsere Bräuche ist? Ich habe mich entschlossen. Ich werde diesen Bogen zurück zur Laube bringen. Mit dieser Waffe habe ich keinen Zweifel, dass ich meine Prüfung des Bogenschießens bestehen werde. Das war's! Ich bin hier ganz weggelaufen, um einmal auf eine Zielscheibe zu schießen! Der Weg ist das Ziel! Ich muss nur kurz meiner Frau was schicken. Heidewitzka, Herr Kapitän! Heide, Heide, Heidewitzka! Herr Kapitän! Herr Kapitän! if you please! Frag mal, wie sich Kriegermage dabei fühlen, da noch extra Bogenschützen wechseln zu müssen, wo dann die Gruppenkonstellation nicht mehr stimmt. So. Gab ja immerhin Ring und 8500 Gold. Das ist ja jetzt nicht schlecht. Aber ich hatte mir irgendwie mehr erhofft. Ich dachte, das ist jetzt die Quest. Erhöht die Stärke von Angriffen mit den Bögen, je näher der Träger dem Ziel ist. Ich würde gern wissen, wie viel. Hier weiß ich 100. Was? Ja. Also erhöht schon. Viel weniger. Da haben wir den Shotgun-Ring. Ja, das stimmt. Je näher er dem Ziel ist, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was habe ich denn in welcher Hand? Ausrüstung. Ich habe nur einen equipped. Ach so. Ja, dann nehme ich den. Ich dachte, den anderen... Wenn ich einen Ring trage und einen zweiten ausrüste, ersetzt er den ersten Ring? Auch interessant. Oh, warte mal. Ich will hier auch mal rein. Ich will mal angucken, was hier drin ist in diesen Ruinen. Wenn wir schon mal auf Erkundung... Ich habe auch noch extra ein Lager mit voller Lebensenergie gemacht, weil ich dachte, das ist eine wichtige Quest. Gib ein wunderschönen guten Morgen. Und Netti auch. Sifirion, der Weg ist das Ziel. Du. Wenn jetzt in der Höhle nichts drin ist. Für 8.500 Gold ist auch schon nett. Die Macht der Ringe kann sich nur am rechten Ringfinger zeigen. Hast du gerade wirklich für eine kleine Kiste wieder deinen riesen Eiszauber gemacht? Ja. Ähm. Leute, könnt ihr aufmachen! Ähm. Okay, da passiert schon mal nichts. Hm. Der Weg ist das Ziel. Aber hier... Willst du kommen hier? Ja, bin ich doch. Ah, ne, du bist hinten. Und wo möchtest du hin? Ach, ne, du sollst mir nicht die Quest-Weg zeigen. Ganz ehrlich. Es kann doch nicht sein. Okay, vielleicht muss ich irgendwo einen anderen Eingang finden. Ich hätte jetzt den Elb noch gerne begleitet. Und dann kommt der... Oh, du hast einen Menschenbogen. Du wirst niemals ein erwachsener Elf sein. Und dann ist er unglücklich und... Joint meiner Gruppe. Als ewiger Begleiter. Also irgendwie macht mich das gerade unglücklich. Das habe ich... Es kann doch nicht sein, dass ich da eine Tür finde und der mich nichts machen lässt. Also kann sein. Oh, ja, ja, ja. Oh, hat sich schon gelohnt, der Weg. Goldene Käfer. Wichtigstes Item. Und wieder... Aufessen. Na gut, hier ist Wasser. Hier sterbe ich. Eine angemessene Belohnung für eine Suche. Und Leute, denkt dran, wenn ihr das Spiel spielt, ihr müsst die goldenen Käfer benutzen. Gerard, da ich selber noch keinen einzigen gefunden habe... Äh, nö. Also vielleicht gibt es die Info, aber dann bitte nicht hier teilen. Ich möchte schon auf Erkundungstour noch gehen. Aber du hast anscheinend ein wunderschönes Geburtsjahr, muss ich dazu erwähnen. Jedes Mal, wenn ich das sage, muss ich der statistische Wahrscheinlichkeit, dass wenn man in den Jahren 1990 geboren ist, ist man zu 100% wunderschön. Ich weiß nicht, wieso ich diese... Also das ist meine Erkenntnis. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich im Jahre 1990 geboren wurde. Ich weiß die Lösung nicht, aber mir ist schon eine spezielle Sache passiert. Ja, dass Leute angegriffen haben mit Eis und dann ist die andere Seite aufgegangen. Also wenn es zu dieser Tür ist, gerne Artemis. Also wenn es hier diese Tür meinst. Es gibt auch die anderen Wege, da musst du von der anderen Seite reinkommen. Kannst halt die Tür nur von einer Seite öffnen. Ja, da ist ein Bolzen. Ja, der Bolzen ist auf der anderen Seite. Kriege ich den von hier angeschossen? Was denn? Ja, dann gibst du mir doch. Es waren Nacht und auf der anderen Seite waren Untote, welche die Tür angegriffen haben. Stimmt! Das ist mir auch schon passiert. Das ist in einem Dorf. Ich kam nicht rein und dann haben die Gegner das aufgemacht. Hast recht. Aber hier ist keine einzige Sitzbank oder so, ne? Das kann natürlich... Das ist natürlich etwas, worüber man... Boah, da wäre der Gedanke, wäre mir noch gar nicht gekommen, ne? Ja, man kann ja einfach gucken, ob nachts Gegner da sind. In Ruinen. Klingt logisch. Ja, entweder das oder halt, was passiert ist, dass meine Kampfmagier dann einen Zauber draufhauen und dass das öffnet. Donnerkunden, wie halt weiter. Donnerkunden, wie weiter. Feinde? Ja. Alter, der blöde Bogenschütze, der hier ausweicht. Kill ich dich jetzt. Magier, Pech gehabt. Patz! Ich liebe es auch, wie der Pfeil dann wirklich drin steckt, ne? Wenn du siehst, du schießt das ab und dann siehst du den... Oh, und Tigerauge. Top. Top, top. Ich frage mich, ob wir diesen Elfen noch begegnen werden im späteren Verlauf des Spiels. Warte mal. Hört ihr das auch? Ach, das war einer von euch, der hier gezaubert hat. Okay. Oh. Der Weg ist das Ziel. Was ist da hinten? Da sieht ein interessantes Gebäude aus. Hopp. Die Brücke. Wie ich die Attacke nicht machen müsste, aber sie mache, weil sie cooler aussieht. Unglaublich. Oh. Guten Morgen! Ach, den haben wir doch gesehen. Der war gar nicht tot. Auf der anderen Seite hatten wir einen Ogre erledigt. Ähm. Interessant. Ich werde meinen eigenen Master auf dem Weg. Na, wo ist er hin? Ja, der ist... Hahaha. Hahaha. Der ist einfach ins Wasser gefallen und wurde aufgesaugt. Ja. Schwerer Kampf. Klasse. Ich wollte das aufmachen. Ja, war eine grandiose Jagd. Also der Zyklop hat endlich mal was geklappt. Weil eigentlich hätte ich mir das auch gewünscht, dass man ihn so runterschmeißt. Ähm. Ich glaube, das war's. Den Zyklopen erlegt. Das war auch noch Rocks Aufgabe. Das gefällt mir auch gut. Das war auch noch Rocks Aufgabe. Dann gehen wir mal hier lang. Oh. Ich weiß nicht, warum meine Freunde Vasallen sehen immer besser die Gegner als ich. Was greift es uns an? Goblins. Goblins. Schuss, 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 Schuss. Einmal das ein Gehfeuer hier im Hintergrund eröffnen und gut ist. So. Perfekt. Jetzt kann ich den Geheimweg nach da hinten gucken. Guten Morgen, Sida. Und schönen guten Morgen, Mirko. I believe in Mirko. Hm. Ah, hier lang. Ja, man muss die Fledermäuse treten. Wieso? Die erledigen wir einfach. Dann haben wir ein Lager frei. Daneben. Warum? Leg den doch. Ich sollte nicht den Stein anschließen. So, jetzt. Oh. Deine Freunde sind aber auch nicht gerade freundlich, ne? Pommesdorf. Ah, jetzt kommt mal der zweite Kollege helfen. Puh. 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 Ist er schon tot? Okay. Grüß an deinem Morgen. Nada. Näher ran. Macht höheren Schaden. Schön. Außenrum. Next. Das ist das Wichtigste nebenbei beim Bogenschützen, woran man sich dran gewöhnen muss, nicht vorne rein zu gehen, sondern wirklich sich einen Tank zu holen und denen den Job machen zu lassen. Äh, Leva Lulu. Ausdauer. Dankeschön. So. So. Ist da noch einer? Ach, krass. Ey, die verstecken sich verdammt gut. Da oben. Da war noch einer. Ja. Das Zielen bringt so gar nichts. Ist so wackelig. Ja. Das Zielen bringt so gar nichts. Alter, ist der Rock stark. Das gilt für jede Klasse, dass man seine Rolle spielt in der Gruppe. Ich sag mal, ja, richtig. Aber ich fand halt, zum Beispiel, bin ich grad nicht gewohnt, Dr. Bobalius, weil man hat den Waldläufer. Da hab ich in DD1 gespielt. Und hier ist das kein, keiner, der auch vorne mit rangeht. Mit dem Waldläufer, den du gespielt, den ich gespielt hab in Dragon's Dogma 1, der hatte nämlich Dolche und einen Bogen. Da war es auch mal üblicher, nah ranzugehen. Was jetzt mit dem, mit der Klasse halt wirklich Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Ich glaub, das ist ein starker Kollege von denen. Weil das ist so einer mit Lila. Ja, da mach ich meinen Explosionsfall rein. 1.000 EP. Tja, das war ein stärkerer. Hast du den Schwanz abgeschlagen oder so? Nein. Nein. Da greif ich ihn noch an. Das ist noch einer mit 1.000 EP. Komm, Explosionsschuss. Tschüss. Und tschüss. Wie viele EP sind das jetzt gerade so bei Level? Bambel King. Bambel Viking. Bambel King. Bambel Viking. Guten Morgen. 15.000 Erfahrungspunkte, also 15 der Gegner für ein Level. Blitzschuppe. Ach, das sind... Okay, das ist schon mal... Das könnte man dann später gut... Willst du checken? Sorry, ich hab dir keinen Handschlag gegeben. Es tut mir sehr leid. Tötet, bevor es Eier legt. Oh. Ja, einmal was herausnehmen. In Reisestein. Hat sich zumindest gelohnt. Aber man möchte es auch irgendwie nicht nutzen, ne? Ich freu mich, welche zu finden. Ich hab bisher einmal einen genutzt. Als ich nach ner langen Quest wirklich einfach nur in die Hauptstadt wollte. Hi. Leute. Wie wär's mal mit reingehen? Los. Los. Da lang. Rock, geh vor. Danke. Und jetzt mal mein... Einfach im Hintergrund stehen und X drücken. Ich fühl mich wie best in den Overwatch. Wie früher. Der frühere Bestchen. Der neue ist ja kacke. Scheiße. Einmal getroffen. Ah, nee. Warte mal. Das war doch so. Oh, Arzneitank schnell nehmen. Wieso hab ich das nicht früher herausgefunden? Ist ja herrlich. Das ist ja herrlich. Einfach L1 und nach oben drücken. Felsenschuppe. Warte mal. Hier war doch irgendwie was zum Abbauen. Sag ich doch. Ja. Schiefer Grausrohn. Schiefer Grausrohn. Ja klar. Schön, dass du da hochkommst. Wie aber nicht. Also wenn er nicht runtergesprungen kommt. Ich schieße ihn gerne ab. Du solltest auch runtergesprungen kommen, wenn wir angreifen. Wäre so ein kleiner Tipp. Ich komm da nicht hoch. Ich komm da nicht hoch. Aha. Hat's am Ende noch eine Idee. So, wie komm ich jetzt selber da hoch? Ha. Und die brauchen Levitationen dafür. Golderz. Schön. Leute, seid ihr wirklich so blöd? Welches Dilemma? Ihr sollt einfach hochkommen. Ja. Komm Lulu, du hast auch Levitationen. Jetzt komm hoch. Die sind zu blöd zum Hochkommen. Leute, hier sind die mit dem Lupf. grüner Schleim. Ja. Die musst du wohl schmeißen. Naja. Ist ja nicht mehr viel. Schützender Unterrock. Klingt nach gutem Item. Gucken wir uns den mal an. Ach, Hirsch. Wow. Kann ich nicht tragen. Klasse. Eine leichte Rüstung. Soweit elegante als auch einschüchternd wirkt. Praktisch für all jene, die von geschmeidiger und flinker Gestalt sind. Für einen Kämpfer, wenn ich den mal haben möchte. Gar nicht mal so schlecht. Sieht aber auch eher für Damen aus. Wenn ich mir so ein bisschen das Oberteil angucke, sieht das aus wie eine Damenrüstung. Oder für einen weiblichen Körper. Was ja nicht schlecht ist. Wieso hast du denn noch einen Buff und wir alle anderen nicht? So, dann geben. Du. Du bist zu weit weg. Ja, Rock. Ich komme. Dazu mindestens hat sich jetzt der Weg gelohnt. Für Elfen. Kann man aber nicht wählen. Es gibt ja nur zwei Rassen. Rock, warte. Mir muss noch Gegenstände geben. Nehme ich einen Rock. Oh ja, Materialien kann ich dir ganz viele geben, Rock. Ich finde auch hier sollte man mehrere Sachen gleichzeitig übergeben können. Oh ja, das ist ja auch hier. 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 man kann es auch kompliziert machen und das ist alles leicht den könnte ich auch mal kurz nutzen die lazarus splitter ding geht so ne kommt es ist ein rift stein gehen wir mal rein ich war schon lange nicht mehr im rift rift stein der kameradschaft sphinx parent also ich weiß ja nicht wieso aber irgendwie sieht die sieht mega stark aus nochmals ich hab da so eine frage sphinx parent sphinx parent sphinx parent sphinx mother sphinx father was ist das sphinx mother sphinx mother eis schar magischer blitz linderung fokussierter blitz schnell zauber levitation die zu tauschen noch mal mit benutzen haben wir haben guter details erweckte johnny also ich glaub mit 396 ist zwar teuer aber auch genial das wäre gut herzig wundarzt belohnung 10.000 gold wenn ich ein zyklopen besiege das war leichter als die chimäre die nur 5000 logistiker hagel groß blitz salamander donnermine die ist eher auf angriff feuerbrunst großer blitz salamander eischar die auch ich glaube ich nehme die oder das ist ziemlich krasse hielerin da noch wundarzt komm einmal 396 ausgeben level 29 auftrag relevantes wissen ja dann heuer ich die mann und leider ich meine leber sah schon cool aus aber die mutter der sphinx die nehme ich mir ein tauschen mit leber und du kriegst mit leber kommt fisch ja war super wenn ihr jemals einen anderen zu hören braucht wo die sieht richtig cool aus so den riff verlassen riff stein in der kameradschaft das ist eine krankheit ja komm wir haben wir noch unser lager nein ich habe kein einziges lager ja mist die heilt aber nicht habe ich wieder falsch eingestellt habe ich die falsche genommen die falsche mitgenommen ups ja ich habe die falsche mitgenommen aber lulu heilt ja habe ich doch die falsche mitgenommen dafür macht sie jetzt unendlich viel schaden ach da lang da bin ich mal gespannt ob das jetzt auffällt dass ich deutlich weniger heal kriege nee da kam ich her wo muss ich nach hause ach da hinten jetzt habe ich so viel eher ausgegeben über die hälfte von dem was ich habe mit den zwei healern war ich halt quasi meine gruppe untötbar ist mir aufgefallen ich hätte lieber die wischi mehrere von 5000 gold genommen naja finden wir raus einfach einen weiteren healer wieder zu nehmen ist ja auch nicht so schwer nein 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 ich bin zu blöd hier lang zu laufen herzlich willkommen jetzt muss ich ja noch im dunkeln weil ich kein lager mehr habe also das ist diese einmaligkeit der lager dass die sieben kilo wiegen und dann nur einmal zu nutzen sind oder manche sagen die sind mehrfach nutzbar habe ich doch richtig gesehen habe ich doch richtig gesehen so was läuft die sphinx mother denn so weiter hinten rum ja aber warum habe ich denn jetzt keins reals das sage ich doch das liegt am lager aber wiegen alle sieben kilo ja aber ich wurde nie angegriffen ich wurde noch nie angegriffen habt ihr doch gerade gesehen ich habe doch während des während des während des streams schon lager genutzt wurde nicht angegriffen und habe kein lager mehr ansiklob der bringt 10.000 gold hi wie ja da ja 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 gleich versehentlich in die kiste gelegt man muss es wieder einpacken oder man muss es wieder einpacken das stimmt meine das hatte ich habe ich das nicht umgegeben habe ich das nicht im rock dann gegeben habe ich das nicht auf rock gewechselt dann habe ich nicht auf rock gewechselt stimmt das wird das problem sein naja pech gehabt da müsste man im lager liegen ja das kriege ich aber auch erst wieder ran wenn ich zu hause bin ich mag es mit flammenbogen zu laufen lassen nämlich noch mehr leuchte leuchte ja da oben schön dann find mal einen weg wie erst wenn du das machst warum muss ich immer alles machen das war ja hier die ruine stimmt jetzt ist nachts super dann sind da vielleicht die skelette ja du kannst ja noch viel tragen rock da werde ich jetzt hier angegriffen hoffentlich von der seite aus können wir es nicht zerbrechen so ist es ja schade ich werde nicht angegriffen skelette ich bin hier schmackhaft da haft klingt nach feinden das schon mal gut dankeschön lulu nicht jammern tür aufmachen da komm ich jetzt nicht hin ist ja ich weiß dass ich das darf du musst mir das nicht hundertmal sagen dass ich mit deinem päckchen bedienen darf wie ich will du weißt schon dass das ziemlich falsch klingt ja so wo geht es denn nach hause da waren höhle der dunklen schar vergessener tunnel ach da war ich ja ja wir müssten jetzt quasi langsam mal wieder nach hause die hauptquest haben wir ja hier genau in schloss werner wir haben keine anderen quests gerade also auf dem weg nach vertania city ich laufe falsch oder ja dann kann ich jetzt nach links jetzt nach links dann hier den rechten weg links geradeaus über die kreuzung dann nach rechts den schrumpel weg und dann da durch ja gegen klops ich musste einmal auf eine zielscheibe schießen dann war die quest zu ende genau deswegen bin ich ja hier das war deprimierend ja ein bisschen leben aber ist ja auch gut mehr wollte der nicht vielleicht ergibt sich daraus noch eine tiefere bindung dazu ich habe immer noch das gefühl dass wenn er mit einem menschenbogen zu einer prüfung von den elfen erscheint er auf jeden fall verstoßen wird das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen dass die da voll glücklich sind kann das sie einen wunderschönen guten morgen das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen ja so jetzt haben wir die karte aufgedrückt es ist so wichtig nicht schwer oder sehr schwer zu sein man hat so viel mehr ausdauer das ist schon krass das ding geiles ich habe mir nicht eingebildet da war geraten ochsen karen mit vier blauen lichtern oder ich bin ich blöd habe nichts gesehen ja was da war nix ja war nix ich mir auch schon gedacht ich teste nur ob ihr so tut als ob da was gewesen wäre hast du denn da war betten schon genommen tabletten machen ja hallo dass die nation gleich kommt einer mit der hab dich lieb jacke keiner hat mich lieb da muss ich wieder helfen gehen hat die dame schon wieder probleme gibt sie mir schon wieder 1000 gold dafür dass ich sie rette wenn es jetzt schon wieder die gleiche dame ist ne würde ich dir mal empfehlen zu fragen ob ich sie nach hause eskortieren darf nein diesmal jemand anders dringende angelegenheit erfordern meine aufmerksamkeit doch dafür muss ich nicht den straßen stellen daher suche ich eine eskorte die mich bis an mein ziel schützt da ich voll zu des trauen eure fähigkeit aber hatte ich gehofft ihr könnt überzeugt wenn diese rolle zu übernehmen das konnte er mir nicht sagen das musste er mir einen brief ja ach du scheiße willst du mich verkack eiern ja ich würde gerne eskortiert werden ja wohin weit weit weg du denkst ja vielleicht zurück in die hauptstadt ja wenn du stirbst stirbst du ist mir jetzt egal geht halt die quest schief er ist das kleingedruckte lesen bevor du unterschreibst ja dann gehe ich da jetzt rein es gibt eine höhle und ich erforscht haben ja ja geh rein ja ja ich möchte dass ich zum maskenball muss machen uns ja bald auf den weg rino das escort girl leute ich brauche zauber wo seid ihr lässt er sich gerade töten was machst du du Idiot lauf weg 500 EP wo ist denn Lulu und da der hat aber auch keinen bock zu leben oder der läuft jedes mal genau in den feind rein nicht gerade die hellste birne klar dass der eine eskorte will ein durchgang der von beiden seiten hier mach auf komm Was hat der vor? Ey, der hasst sein Leben, ne? Ich glaub, der hasst sein Leben aber so richtig. Mach bitte noch die Tür auf. Könntest du... Dankeschön. Oh. Ja, mein Auftraggeber ist wirklich nicht die hellste Leuchte hier. Nein, ich gehe und mach die Urachtruhe auf. Nehme mir nicht meine Schatztruhe weg, Lulu. Zweimal Jaspis. Du, wir machen keine Pause. Ich setze mich erstmal hin. Ich hab gekämpft. Ich mach jetzt Pause. Okay, da haben wir alles eingesammelt. Ja, zumindest kamen wir diesmal auf die andere Seite. Weiter geht's. Oh, nee. Dankeschön. War noch einer. Öliger Schleim. Hab's. Level 24. Ei. Danke. Ich hab ein gutes Gefühl über das hier. Ähm. Ja, das hatte ich vor. Leute, da geht's ganz schön steil runter. Das überlebe ich doch nicht. Das überlebe ich nicht. Da bräuch ich Levitation für. Hab keine Levitation. Flugmodus ist aktiviert. Ah, deswegen hat man hier so viele Spreng, äh, Fässer. Vielleicht geht's hier. Aha. Oder man geht einfach von hier dahin. Gut, ich verzichte auf eine Truhe und... Das könnte was Wichtiges sein. Ja, Lulu soll da hin. Ich will da hin. Oh, ich würde jetzt so gerne eine Quest sagen. Bitte, Levitation, da runter. Ich... Und dann komm von der anderen Seite. Ich weiß ja, was der Vasall machen müsste. Der Vasall müsste jetzt bitte von der anderen Seite... Das wäre einfach schön gerade. Ich dem sagen könnte... Nein. Probieren wir's mal. Kann ich da irgendwie runterrutschen, ohne dass mir was passiert? Ja. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle in... Ja. Meine Vermutung war schon recht korrekt. Das Seilen mit niedriger Stufe anzuhören hat den Vorteil, dass du im Kampf viele Riftkristalle erhältst. Die andere haben Levitation. Die sollen einfach Levitation nutzen und da runterfliegen. Weil die mit Levitation kommen, die da ohne äh... Die Wette ist schon aufgelöst? Ah, ne, hab ich nicht. Falls ein Mod anwesend ist, der dich mitgewettet hat. Sonst mach ich das gleich. Das war ein Riftstein. Die arbeiten also tagsüber. Hm. Gäbe es irgendeine Möglichkeit, hier runterzukommen, ohne zu sterben? Ja. Komm, dahin. Wenn ich Lulu da jetzt hinschmeiße. Sie überlebt es auch nicht. Ich dachte, die ist halt leichter als ich und die nutzt noch Levitation. Während des Fallens. Darf ich einen Tipp geben? Gerne. Ich könnte eine Explosion, dann geht die Tür vielleicht auf. Ich will halt nur wissen, wie ich die Levitation nutzen kann da. Das ist ja eigentlich, weiß ich ja alles, was man bräuchte, um da runterzukommen. Eigentlich ist er ziemlich klar. Meinst du, so ein Rock? Seine Lebensenergie. Ja, wir probieren's jetzt. Ich hab aber... Ja, ich kann nochmal ausprobieren. Ich seh ja, wo ich's ungefähr hinwerfen muss. Ich glaub, das ist ne Option. Das ist die Option, die ich jetzt, glaub ich, nehme. Die Steine hängen mit den Monstern übersät und von rauen Wetter geplagt. Du willst doch wasall sein. Ah, war zu weit oben. Die Explosion war zu weit oben. Mal sehen, ob ich noch einen holen kann. Da ist noch einer. Wart mal ganz kurz. Könnte das nicht von der anderen Seite klappen? Könnte das nicht von der anderen Seite klappen? Die Explosion sollte doch eigentlich auf beiden Seiten dann funktionieren. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Wenn jetzt explodiert dagegen, sollte... Das haben wir jetzt alle nicht gesehen, okay? Einigen wir uns einfach drauf. Ich hab nicht geworfen, ich bin runtergesprungen. Einigen wir uns auch wohlentschieden. Alter, sei einfach... Alter, die Klappe... Weg mit dir. Jetzt hab ich kein Explosionsfass mehr. Kinos Schwitzehand. Nein, ich bin runtergesprungen. Da hat er losgelassen. Also man kann nicht runterspringen, ohne dass das Ding explodiert. Guck. Damit ihr es seht. Tolles Beispiel. Ich bin jetzt tot. Ich sollte nach Hause in irgendeinem Lager. Meine maximale HP ist komplett... Ja, ja. Komm hierhin. Oh ne, der ist da hinter mir. Was mit deinem Explosionsfall? Der kommt ja auf die falsche Seite, sonst könntest du das ja auch mit deinem normalen Pfeil machen. Ich dachte, vielleicht ist die normale Explosion stärker. Sonst könnten die ja auch Magie draufhauen. Das machen sie aber nicht. Oh, da hinten ist ein Lager. Ich hab ja kein Lager. Ich so, hier, huh, da hinten ist ein Lager. Ja, wenn ich ein Lager hätte. Aber ich muss eh kurz ne Runde ums Eck. Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Stell, ich misch mal hier hin. Die war da nicht, die Tür. Was für dürr. 5000 Jahre. Alter, was denn 5000 Jahre? Tut mir leid, dass ich ums Eck muss. Oh Mann, mein Käppchen ist ja gar nicht an. Moment. Hui. Was denn hier los? Was meinst du dem Plutonium-Boy? Ohne Käppchen? Ja, nee, zweites Käppchen ist schön, ne? Meinst du, weil ich live bin? Ja, normal eigentlich nicht donnerstags über früh. Das ist so ein bisschen komplizierter mit, wenn Kinderbetreuung ausfällt. Oder man selber krank ist. Ich hab echt wenig Lebensenergie. Es gibt kein Gegenstand. Ich sollte echt schnell nach Hause kommen. Boah, das ist echt weiter Weg. Schaffen wir trotzdem. Los geht's. Schon seit zwei Stunden live. Ja, morgen auch. Normalerweise bin ich immer ab sieben schon live. Donnerstags. Also das ist eigentlich mein Plan. Das ist in diesem Jahr bisher, sagen wir mal, häufiger ausgefallen. Aus Betreuungsgründen. Ja, ich sehe die Weintrauben auch. Herzschlückwunsch. Oh, ein Au. Das ist auch schön. Feinde? Ja. Musik sagt ja. Können die ausweichen? Haben die eine Ausweichfähigkeit? Haben die eine Ausweichfähigkeit? Ich hab' mal so gesehen habe. Ich bin gerade erledigt. Ich hab' noch 280 EP bekommen für wen. Leute, mach mal einen Zauber hier drauf, bitte. Ja, haben sie. Danke, Ragnar. Ist mir nämlich gerade aufgefallen, so dass das war. Ach so, Feind. Muss man auch immer erst mal sehen. Oh, was soll ich meine Mod anwesend? Der hat einen Clip zum Posten. Ich glaube nicht. Leute, Magi, mach doch Magie da rein. Einfach mal, das funktioniert immer. Das funktioniert immer, wenn ihr so ein... Kann ich von hier hinten schießen? Ist da ein Fenster? Ah, da. So. Wenn da ein Fensterchen ist, kann ich das auch selber machen. Was haben wir hier Schönes? Ne, häufig machen, aber die dürfen ja mitmachen. Und wenn ein Mod mitmacht, nebenbei darf er die Wette nicht auflösen. Oh. Aha. Nimm. Nimm. Heulen. Ganz ehrlich, ich hab die teuer gekauft. So eine Kacke, ey. Dann findet man die jetzt. Oh, wer bist du? Oh, ich hoffe, du wirst nicht erwartet. 500 EP. Oh, ne Sucher. Den Reisestein. Ach, krass. Krasse Items. Hat sich ja richtig gelohnt, hier reinzukommen. Das war Superbarism. Jopp. Das war ziemlich gut. Das mag ich an dem Spiel, dass so kleine Explorations echt gut belohnt werden. Ja, es hat so... Es gibt ein Gemeinschaftsgefühl, oder? Sich einfach abzuklatschen für was Erfolgreiches. Feinde? Ja. Das klang irgendwie größer. Ich kann jetzt keinen größeren Feind angehen, weil der größere Feind muss mich noch einmal treffen und ich sterbe. Ups, ihr seid ja schon tot. Klasse gemacht, Gerald. So, wir versuchen jetzt mal auf dem gradmöglichsten Weg nach Hause zu gehen, okay? So, dann lösen wir aber mal die Wette aus. Macht mich sonst unglücklich. Feuersagegebnis, was passiert, ein Riftstein kommt, ne? Ich spreche aus Erfahrung aus dem Spiel. Ich rate mal, wie ich hier hingekommen bin. Ich versuche jetzt nur mal. Meine Lebensenergie spricht aber aus Erfahrung. Man kann ja, im ersten Teil konnte man seine Max-HP ja wieder erhöhen. Kann man hier bestimmen mit irgendeinem Item auch. Äh, ich wüsste nur nicht mit welchem. Quellwasser? Ne, bisher habe ich davon noch nichts gesehen. Nochmal kurz, ich kann mal gucken, ob ich irgendwelche Sachen habe, die schwer sind. Kann ich mir wieder vielleicht auf mittleres Gewicht, wie schwer ist das denn? Äh, 1,17 Kilo. Oh, ich könnte es natürlich die Rock geben, ne? Ich habe Minotaurus Horn? Okay, wann habe ich eine Minotaurus Horn erledigt? Wann habe ich Minotaurus erledigt? Erwackene Lebenskraft. Handbuch des Diebes. Bin ich wieder mittelschwer? Ja, gut so. So. Wo muss ich da lang? Nein, ich bin falsch rum. So lang. Deswegen, normalerweise möchte ich auch nichts erfahren, aber jetzt bin ich schon 20 Stunden ingame und weiß immer noch nicht, ob ich meine maximale HP wieder erhöhen kann. Oder ob ich dafür halt jedes Mal ein Lager, leider habe ich halt den Vasallen, der das Lager mit hatte, nach Hause geschickt. Und mir einen neuen Vasallen geholt. Das ist natürlich dann ein kleiner Nachteil. Ich spüre ständig die Blicke im Hinterkopf. Ich weiß wieso, das sind ja auch welche. Ab. Wenn wir müssen, lass es uns schnell erledigen. Ja. Ich finde, es sollte mal auch ab und zu fahrende Händler geben. Ups, das ist gar kein Feind. Das war wirklich wegsteckend. Dankeschön. Meine Vasallen machen schon echt grandiosen Job. Das ist halt das Schlimme, ne? Ach, ich glaube, aber das habe ich schon erkundet. Da habe ich am letzten Mal schon gesagt, cool, dass ich gefunden habe. Hier müsste eine... Ja, die Truhe ist auch offen, richtig. Meisterlich gelöst. Nochmal. Kann ich verstehen. Ich würde es auch nochmal machen. Ich würde es auch noch mal so... Ich würde es auch noch mal so... Da ist die Hauptstadt. Wie komme ich am schnellsten da rein? Über das Äquoduct? Ja, gehen wir mal über das Äquoduct hier rein. Aber dass ich bin, Vasallenlaufbahn, sieht man da eigentlich, wie weit man schon ist? Wann man das Level der Vasallenlaufbahn steigt? Laufbahn, Bogenschütze. Weiter in 407 Disziplinpunkten, alles klar. Das heißt, eigentlich noch ein paar Feindchen. Wir sollten noch, bevor wir reingehen, ein paar Feindchen killen. Weil, dann haben wir neue Fertigkeiten. Geben Sie mich hoch. Danke. 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 Ich muss aufpassen. Wieder 26. Weil den Aufstieg will ich mir nicht nehmen lassen. Level 9. So, komm, ein paar Feinde noch, bevor wir nach Hause gehen. Ein paar Feinde noch. Das klingt nach einem recht großen Feind. Der wird uns auf jeden Fall genügend Disziplinpunkte geben. Klingt aber fast schon nach einem Greifen. Ne, die sind Papien. Der Ogre darf mich halt nicht treffen. Wenn ich mich einmal triffe, bin ich tot. Gut. Das ist gut. 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 Das ist gut. so dass sie gerade anscheinend ganz sage ich doch da ist er hey rock nicht erben bitte lula hast du wieder flammenpfeile gemacht danke nur 91 warum gab das jetzt nur 91 disziplin punkte irgendwie war er nicht so stark wie ich dachte oder sehr gut 45 hätten sie noch ein paar goblins schläppst du immer noch bernie the brain rum wer ist denn bernie the brain king klopft war ja nicht gerade feinde wie soll ich den denn nicht weißt du wie weit er weg ist weißt du wie weit ich da laufen muss für den die disziplin punkte müsste ich 100 den höchsten rang eine laufbahn erreicht wie habe ich sehr gut sehen war ich schon level 9 anscheinend so close of us no solis in victory ja ja bogenschütze volles level lulu auch na da bin ich ja jetzt mal gespannt na da bin ich ja jetzt mal gespannt jetzt können wir nach hause jetzt können wir ja mal nach hause na gut dass wir das noch gemacht haben das hätte mich jetzt gestört wenn es kurz vor maximal level aber ist an level 9 maximal oder habe ich level 9 oder sind wir schon level 10 anscheinend die solche manchmal in der höhle hängen wie teleportieren die sich dann nicht wie die eigenen was allen ich gelte wieder als schwer meine ausdauer regeneriert sich wieder gar nicht ach so ich bin in der stadt jetzt gehe ich in der stadt unendlich ausdauer freue ich mich zu schlafen nebenbei mal wieder hp zug haben da rein so ab zur gilden ab zur gilde ach nee das war ja hier rift so was haben wir denn hier avidität anhöhen gegner und andere oberflächen können schneller erklommen werden kernfähigkeit haben wir hier noch eine verbesserung nee dann habe ich glaube ich nur noch die avidität doch klar nehme ich das scheint ja das mächtigste zu sein und du hast erhebung erhöht die geschwindigkeit mit der deine ausdauer wieder hergestellt wird oder müsste ich jetzt würde ich glaube ich für lulu die laufbahn wechseln ich glaube da würde ich bei lulu jetzt in denen denen die laufbahn wechseln dann halt mich aber keiner mehr dann halt mich keiner mehr wenn ich jetzt lulu zum erzmagier mache halt mich keiner mehr das war dann doof wenn ich dann müsste ich eine heilerin mal erzmagier heilen nicht oder heilen mehr erzmagier auch ich habe eine erzmagierin mit ah deswegen das ist eine erzmagierin ja dann hätte ich lieber eine healer mitnehmen sollen weil sonst habe ich keinen healer mehr in der party und dann habe ich ein problem nee wechsle ich lieber nicht dann muss ich irgendwann einen anderen vasallen nehmen die frage ist ob ich die klasse wechsel aber das würde ich erst machen und die frage ist auf welche klasse ich wechsle krieger einfach mal hi ha der bogenschütz ist wieder da es ist nicht mehr lange hin bis ich die prüfung des bogenschießens ablegen muss ich habe mir den bogengeschränkler pilsch für angebracht euch bescheid zu geben außerdem habe ich erhofft ihr würdet die teilnahme in betracht ziehen ähm der weg zur laube ist nicht leicht es wäre besser wenn ich euch begleite näher den ruin nahe der ruin wo ich trainiere gibt es eine holzbrücke ich erwarte euch auf der anderen seite trefft mich dort sobald ihr bereit seid mit mir zur heiligen laube zu gehen hättest du das nicht da hinten sagen können hättest du das nicht da hinten sagen können meine güte ey ich bin nur leicht getriggert und was machst du wenn du in die stadt angekommen bist du den gleichen weg wieder zurücklaufen eine vier und eine fünf ja ein lautes mächtiges ahu für dich neben an der bogenschießprüfung teil der elben das ist ja schön nur wohl du neidisch bist weil er mehr wie rinolas aussieht wie du dann ist mir jacke wie hose so ab gehts in meine lager ist das deprimierend kinder kleingarten freund ist wahrscheinlich so ich grüße ich ab ins lager einlagern erst mal materialien er Ninse hi Puff. Rock. Zack, zacka, 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 zacka. Pop. Äh, was haben wir hier wertvolles? Sollte ich vielleicht auch einfach mal verkaufen? Sollte ich vielleicht einfach mal verkaufen. Lampenöl. Wie viele einlagern? Drei. Wie viel liegt denn eins? Reisesteine. So viel brauche ich nicht. Komm, dann lagere ich auch mal zwei ein. Lazarus-Splitter kann ich einlagern. Lazarus-Stein. Einen einlagern. Äh, das Rauchzeichen der Harp hier. Einlagern. Explosionsfall. Nein. Wachen Lebenskraft. Einlagern. So, was hast du? Du hast ja auch noch Lampenöl ohne Ende. Was hast du für Pfeile? Ölpfeil. Brauchen wir nicht. Tschüss. Einlagern. Handbuch des Diebes. Einlagern. Einlagern. Haterne. Super, dass du sie hast. Äh, Materialien bleiben. Behältst du, behältst du, behältst du. Du hast nicht viele Sachen mit, ne? Lulu. Oh, Lulu hat einiges mit. Na, die behältst du, aber du bist mittelschwer schon. Vielleicht sollte ich mal wieder ein paar Sachen zusätzlich craften. Rino, du hast so viele Sachen, brauche ich nicht. Äh, ich guck mal, ob ich das kombiniere. Wäre gleich gar nicht so schlecht kombinieren. Greiftes B-Steak, dann kriege ich edles Deerfleisch. Das ist nämlich deutlich leichter. Trockenfisch mit. Habe ich keine Erdbeeren oder so mehr mit? Erdbeere kann ich nicht mit. Großblüte, achso. Hast du die ganzen? Ja, wo ist denn mein ganzes grün-Lattichchen? Nüchternheits-Tonicum. Ja, dann haben wir das. Alles klar, da hat er geschaut. Guten Einkauf. Ich habe so viele Heilmittel mit, die brauche ich ja alle nicht. Bestien Rippchen, wieso konnte ich die nicht mischen? Äh, ach komm. Pack das alles einmal kurz weg. Das wiegt ja alles immer so ein bisschen, ne? Das wiegt ja alles immer so ein bisschen. Edles Roborans. Außer getrocknete Blumen sind ja 50 Gramm. Ne, 9x5 sind auch, das sind auch ein halbes Kilo. Und hier Bestien Rippchen. Ein Kilo an Bestien Rippchen. Äh. Das übergebe ich. Nicht einlagern. Sondern Gegenstände. Ups. Geben. Dem Rock. Drei und auf vier. Ach, ich weiß, was ich machen sollte. Geben wir dem das mal auch. Dann gelte ich vielleicht bald endlich mal wieder als leicht. Die Sachen verkaufe ich. Was habe ich denn hier? Silbernes Rapier. Können wir auch verkaufen. So, du. Warte mal. Geben. Rock. Dann kann Rock so lange meine schicken Sachen tragen. Ja, Lager verwalten, entnehmen. Und da kommen, da habe ich die schicken Klamotten wieder. Ja. Nein. Zurück. Ach, Mist. Äh. Das kriegt nämlich der Rock. Vornehmende Beinkleider. Und dann wollte ich noch das Lager. Lager, Lager, Lager. Ja, hier. Sicher sein. Mal zwei Sachen tragen. So, dann haben wir das. Gegenstände. Vornehmende Kleider geben. So, dann kann ich noch das Rapier verkaufen. Und gucken, ob ich noch irgendwas kaufe oder verbessern kann. Ich müsste ja so viele Materialien haben, dass ich eventuell endlich mal eine Waffe verbessern kann. Wo ich endlich mal gerne einen neuen Bogen hätte, ne? Wenn ich immer noch so mit meinem alten Bogen rumlaufe, stört mich ein wenig. Bogen nach Mars, brauche Echsen-Schwanz. Aber ich kann zumindest die heule Kapuze. Kuriose Mäh, ne? So, das haben wir. Fauliger Goldzahn. Silbernes Rapier. Ich bin jetzt schon mehr Stärke und alles geben. Verkaufen. Äh, 2840 Gold. Ja, nehme ich. Äh, und hier den Talisman. Fünf davon weg. Tigerauge, eins weg. Endlich mal wieder leicht. Dürfte jetzt ein Groß. Und dann gehen wir jetzt mal schlafen, weil meine HP sehen ein bisschen jämmerlich aus. Sollte also schlafen gehen. So. So. Und Jens, einen wunderschönen guten Morgen. Ist noch guten Morgen? Ja, elf nach zehn. Haben wir erst. Bald drei Stündchen hinter uns, aber. Weiter. Weiter. So, das ist der Reisestein. Was haben wir jetzt vor? Aufträge. Der Thronräume. Maskenball ist wahrscheinlich abends. Eingesperrter Magistrat. Also hier würde ich auch gern eigentlich. Da muss ich eigentlich mit jemandem reden. Wo ist dieser jemand? Da erscheint eine Nebenquest zu sein. Ist das draußen? Ja, ne, ja, Quest. Okay, die Hauptquest sollte doch eigentlich innerhalb der Stadt sein, oder? Nicht? Doch, da. Ist anscheinend draußen. Okay, einfach nur geradeaus durch dahin. Moin geht auch den ganzen Tag. Ja, aber ich habe ja guten Morgen gesagt. Das finde ich ein Unterschied. Ich freue mich aber auch, wie man jemanden einen guten Morgen wünscht. Oder wenn man so schön langen Morgen... Oh, zeige ich, grüßt mein Freund. Habt ihr einen kurzen Augenblick? Ich habe ein Auge für Menschen und meine Instinkte sagen mir, dass du verdienen trauenswürdig erzählt. Ich stecke in einem Dilemma, wisst ihr? Ich werde eine Woche fort sein. Ich möchte euch nur als Mieter eintragen. Ihr müsst euch nicht ums Saubermachen kümmern. Ja! Klingt jetzt ansprechend. Ja, gerne. Gerne. Als vorrangigen Auftrag. Das ist nämlich ein super Auftrag. Wisst ihr wieso? Ich habe da... Über den Auftrag habe ich schon gelesen. Ihr seid gekommen. Schön, euch zu sehen, mein Freund. Nein, das ist nicht eine Bug-Quest, Settias. Das, was jetzt wichtig ist, das gilt nicht als Gasthof. Das gilt nicht als Gasthof, wenn man jetzt hier schläft. Das heißt, man muss, wenn man schweichern will, in einem Gasthof in einem Gasthof schlafen. Wenn du aber jetzt eine Woche lang dort schläfst... Ähm... ...must du... ...gilt es, sobald du es dann gekauft hast als Gasthof. Mietfrei übernachten. Also, was sagt ihr? Kann aber natürlich jetzt sieben Tage das Problem geben... ...dass, wenn du einen Bug jetzt kriegst... ...und woanders... ...müssten wir eigentlich dann hier schlafen... ...wir bewohnen die Unterkunft eine Woche lang. Und dann habt ihr halt eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit für 20.000. Und ein eigenes Haus, was ziemlich cool ist. Ähm, Quest wechseln. Regelmäßig besuchen, ja. Dann gehen wir jetzt zum eingesperrten Magistrat, ne? Und da müssen wir da raus. Also wichtig zu wissen bei der Quest, dass das nicht als Gasthof gilt. Wie ich eigentlich nur noch Minimap laufe, ne? Ich gucke mir die Karte gar nicht an. Das ist manchmal auch ein bisschen traurig. War das bestimmt eine hübsche Karte. Das Armenviertel. Was, der wohnt im Armenviertel, der, der über was Bücher Bescheid weiß? Du bist das bestimmt. Du siehst so aus. Sei gegrüßt, Erweckter. Darf ich euch vielleicht um eine kleine Spende? Äh, Geld spenden. Tausend Gold, ja, bitteschön. Habt Dank. Möge euch das Glück Holz sein. Ah, Erweckter, ein Augenblick. Wäre es vielleicht möglich, wir bei einer weiteren Angelegenheit behüblich sein? Er nennt mich auf jeden Fall Erweckter nebenbei. Öffentlich in der Stadt. Eines der Kinder wird vermisst, um das wir uns in der lösen Hand kümmern. Malcolm ist sein Name. Er ist wohl mittendrin. Er wird ein wohlerzogener... Er ist ein wohlerzogener Bursche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er davonlaufen würde. Dieses Gebäude ist sehr alt. Möglicherweise hat er sich in irgendeiner seltsamen Ecke verlaufen. Klar. Aber mit wem soll ich nochmal reden? Mit wem soll ich denn nochmal reden? Details. Du hast dich mit Hauptmann Brandt. Kendrick! Soll also das... Soll also das... Gott, ich hab ein bisschen Sorge, wenn du hier bei der erlösenden Hand nach Kindern suchen sollst. Bitte, bitte lass jetzt nichts Schlimmes hier passiert sein mit dem Kind. Und dann kommen solche Atemgeräusche nicht gut. Leute, macht mal auf! Alter, könntest du bitte aufhören in der Sage, das Kind wird vermisst, es wird sich nicht verlaufen haben und dann solche Geräusche machen? Das ist alles falsch. Zieh ihn nicht rücken! Du hast du Malcolm gesehen? Wir wollten uns aber auf Entdeckung zu gehen. Er hat mich verschlafen. Er ist ohne mich. Ich wünschte, er hätte mich aufgeweckt. Ich hätte mich so darauf geholfen, in die Gewölbe hinunter zu gehen. In die Gewölbe hinunter, sag ich doch. Habe ich doch alles richtig gesagt, dass ich dachte, der ist da runter. Vermutlich bin ich genau in die richtigen Orte. In die Gewölbe runter. Das ist das, die Gewölbe? Ja, vermutlich da, wo die komischen Atemgeräusche herkommen. Rock, wo muss ich hin? Hm. Ne, ich müsste jetzt vielleicht mal die Quest auswählen. Das ist auch nicht die Gewölbe. Ja, toll, wo wir hier angekommen sind. Vor ein paar Tagen hat er erzählt, er wäre um Haarsbreite von einer großen Entdeckung entfernt gewesen. Okay, er muss in die Gewölbe. Vielleicht muss ich irgendwo anders reingehen. Hm. Oder ein Dieb, der das Schloss knackt. Du kannst, die Schlöster sind am meisten ja nur von der anderen Seite kaputt. Also, Leute, ihr solltet mal vielleicht eure bestigen Rippchen nicht verfaulen lassen. Esst es doch vorher zumindestens. Hm. Vielleicht kann ich hier noch einen Eingang finden. Oh, hier ist eine Taverne. Was ist denn hier? Pseu von Feiernde. Ach komm, ich gebe mal eine Runde aus. Ich bin mal so nett im Abendviertel. Das war's. Nette kleine Cutscene, wo alle mal ein Crew geben. Das kostet mich 2000 Gold. Hm. Das Gold nehme ich mir ein bisschen wieder. Moin, nein. Ach hier, ja. Ja, da lang. Ja. Hm. Hm, hm, hm. Können wir hier probieren, ob da drin was ist. Das sieht aus wie das könnte Gewölbe sein. Nee. Was ist das für ein krasses Gebäude hier? Oh Gott, da wurde das. Was soll ich tun? Einer hat gesagt in das Gewölbe. Und das Gewölbe war da. Ich weiß es auch nicht. Weißt du, wo Melken ist? Ich bin ganz sicher, ich war nicht. Aber Ochsenkarren fahren so spät nachts nicht. War das ein Phantom? Habt ihr gehört? Der hat auch so eine Ochsenkarren gesehen, der auf einmal verschwunden ist. War ich nicht der Einzige? Egal. Das war sogar wirklich kein Bug. Dann war das vielleicht wirklich kein Bug. Da war nichts. Da war das wirklich kein Bug. Tom oder Bergfried. Nein, das nennt man ein großes, steiniges Wuldi-Duldi. Da. Hohne mal das schöne, große, steinige Wuldi-Duldi an. Bitte, wenn schon... Wenn wir auf diesem Kanal sind, dann bitte auch mit Fach ausdrücken. Ich finde, wir sollten uns hier bilden. Schön, dass ihr die Blumen gießt. Das sind sehr schöne Blumen, ja. Danke. Das ist der einzige Weg. Schön alles klauen. Ich klaue nichts. Ich nutze das für einen besseren Zweck. Außerdem bin ich der Erweckte. Irgendwann, die... Keiner hat das genutzt. Die lassen das Essen doch eh verfaulen. Habt ihr doch mitbekommen. Schönen guten Tag. Können sie mir vielleicht helfen. Nee. Schade. Nein! Sollte leise sein. Ruhiger Besinnung. Ich muss ins Gewölbe. Ich will dieser komische Atmende... Ich muss diese Tür doch irgendwie aufkriegen. Gerade ging die Tür doch fast auf. Das kann doch nicht sein, oder? Bin schon dabei. Ich springe selbst dagegen. Hat hier irgendjemanden tippt, wie ich diese Tür aufkriege? Einen Auftraggeber durchwerfen. Das ist für dich, Master. Ich dachte, es könnte in Wissen sein. Das ist für dich, Master. Also, ziemlich stabile Tür. Das ist für dich. Die Horn ist auch nicht immer das, was immer war. Früher hatten die Tür mal eben eingerannt. Ja. Kann man die Tür öffnen oder ist das wirklich... Das freut mich sehr zu hören, dass dein Herz in Frieden ist. Jetzt mach mal wieder die Tür bitte kaputt. Mach ich irgendwas falsch? Oh, warte mal. Da ist irgend so ein... Ah, mal. Da sehe ich was. Da sehe ich was. Da, da, da. Hier ist so ein Eingangssymbol. Irgendwas ist hier. Hier ist so ein... Irgendwas ist hier doch. Vielleicht kann ich hier irgendwie rauf. Ist irgendeine Leiter. Ich kann auf den... Auf das Haus rauf. Hm. Hier nicht. Hier nicht. Da auch nicht. Ah. Okay, da kann ich irgendwie rein. Da ist irgend so ein Symbol. Ah, hier. Da unten. Da. Da unten geht es doch lang. Ein Hochwerfen. Ja, das ist das Problem. Ich komme da nicht mehr. Ja, dann geh mal. Da kann man anscheinend stehen. Kriechen, wie krieche ich denn? Oh, jetzt. Es gibt ja kein Kriechen. Kriechen, Wurfhaken. Seil, Explosion. Bum, bum, baff, baff, bam. Es kann doch nicht sein, dass die mir hier so ein... Ist hier irgendwo ein Aufgang? Komme ich hier aufs Dach? Nee. Weil ich von hier aus... Da komme ich drauf. Naja, klar. Okay, hier komme ich nicht drauf. Eine Idee war es. Eine wertvolle Idee war es. Aber keine Funktionale. Falls es jemand hier einen Tipp hat, gerne jetzt raushauen. Moin, Panics. Jetzt dürfte er. Ich fühle mich langsam zu blöd. Mit NPCs reden. Habe ich. Ich sage, ich soll ins Gewölbe gehen. Ihr solltet euch schämen? Ja, immer. Ich schäme mich sehr hart. Das glaube ich erst nicht. Wo könnte Malcolm nur hingegangen sein? Ja, die anderen Kinder haben mir ja gesagt, ins Gewölbe. Aber da ist ein komisch atmender Mann und ich komme durch die Tür nicht durch. Jeder hat es ja gesagt. Bitte erzählen dir jemanden, was ich über die Kundung der Gewölbe gesagt habe. Sagt ihm Kendrick doch Gewölbe und dann sagt der alte Mann, ah, Gewölbe und dann, und du? Sagt, wem ist aufgefallen, dass hier rumgeht und Leute befragt. Als nächster Schilder würde ich dem Kerr keinen Besuch abstatten, wenn ihr das nicht schon habt. Der Ort ist voll von zwielig in Gestalt, die Dinge gesehen haben, die normale Bürger nicht eingeweiht sind. Alle Kinder ansprechen. Ja, bin dabei. Ich suche die Kinder. Ach, da ist noch einer. Was Malcolm wohl gefunden hat? Ein Schatz? Malcolm, in letzter Zeit durchfühlt er ständig nur Schutt. Weiß nicht, warum er diese Arbeit macht. Ach, nein. Ich muss mit allen sprechen, damit ich dem Kendrick die Information geben kann. Ah, okay. Okay. Die wichtigste Info hatte ich schon, aber... Gewöl... Ja. Soweit ich weiß, wurden diese versiegelt. Ah, wir haben den Schutt erwähnt. Dann der Bursche im Internetweg hier reingefunden. Komm, ich fürchte, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, okay. Das ist ein bisschen... Ja, das ist blöd. Das ist buggy. Wenn du die wichtige Information schon hast, solltest du noch nicht mit den anderen reden müssen. Ich glaube, das ist der Ort. Sieht dort, ein Loch. Könnte der Durchgegangen sein? Bleibt nichts rüblicher, als selbst nachzusehen. Der Durchgegang sieht enger aus, aber vielleicht können wir uns durchzwängen. Also das fand ich jetzt... Ja. Ich hatte die richtige Idee. Ich hatte schon die richtige Information. Aber ich musste noch mit dem Kind sprechen, um eine Nicht-Information zu kriegen. Um dann mit ihm zu reden, um damit... Das fand ich jetzt eine blöde Quest-Design, ja. Weil mich hält ja jetzt... Das Quest-Design hat mich darauf aufgehalten, das war nicht intuitiv. Das war kein intuitives Quest-Design. Und es waren ja nicht viele Optionen. Jetzt ist es nicht so, dass sie ganz viele Optionen hier... Hey, Rädchen. Das ist, was wir für all diese Probleme gingen? Hopp. Och, die arme Ratte. Ne, da dreh dich nicht. Die, die, die... Das war ein Apfel! Malcom! Malcom! Was für ein Glück, du bist unverletzt! Ihr habt meinen ewigen Dank. Endlich kann ich wieder... Sir Kendrick! Ich werde nicht glauben, was ich gefunden habe. Es ist gleich da vorne. Bücher, Sir! Bücher, Bücher! Noch mehr Bücher! Oh, sehr gut! Ein geharmtes Atelier. Vielleicht sollten wir einen Blick riskieren. Was für ein Zufall und was für ein Glück! Ring der Erhaltung. Zeig mal, Kendrick. Boah, so viele Bücher. Oh, ja! Grundgütiger Himmel! Ist das nicht fantastisch? Ich hab's gefunden! Ich! Diese Tat eine beachtliche Ergegung. Ist das so wie ein Archiv? Noch nie hab ich so viele Bücher gesehen. Eine wahre... Ich unterhalte mich gerade, G-Gandalf. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G... So. Eine wahre Fundgrube an Weisheit. Duft sich vielleicht auch ermitteln, niemand von der Existenz des Orts zu erzählen? Wir können nicht erlauben, dass die gesammelte Wissen hier schlecht behandelt wird oder gar missbraucht. Wir sollten jemanden für die Fürsorge überlassen, der dieses Ortes würdig ist. Jemand, der seinen wahren Wert zu schätzen weiß. Ja, kenn ich! Das wird unser kleines Geheimnis. Im Gegenzug oder entschweigen darfst du hierherkommen, wann immer du möchtest. Lasst uns die Geheimnisse dieses Orts gemeinsam lüften. Und jetzt einfach hier Dingsbums und alles explodieren lassen. Alles kaputt machen. Und auch die... Darf ich kurz über die Quest sprechen? Wir gehen im Kerker und sollen einen Ort finden, an dem viel Wissen ist. Keiner weiß von einem Ort. Dann schickt mich der Hauptmann zu einem von der helfenden Hand. Der, mit dem kann ich nicht darauf ansprechen, dass ich einen Raum suche mit vielen Büchern. Dann sucht er ein Kind. Und dieses Kind geht in ein Gewölbe und trifft zufällig auf einen Raum mit vielen Büchern. Es tut mir leid, aber das ist... Kein schönes Quest. Rein zufällig. Also... Das fühlt sich so nach gezwungenem Quest-Design an. Guten Morgen, Furan. Das ist schon echt lazy writing. Das ist schon wirklich... Sucher-Medallion, dankeschön. Zufälle gibt es, ne? Dass ich gerade die Quest gerade von jemandem da hingeschickt werde, der gerade nach einem Kind sucht, dass gerade so ein... Das ist... Ja, hier gibt's Spinnen. Da kommen wir ja her. Aber ich wollte hier noch einen Ort finden. Return to Moria? War da so schlimme? Wie hätte es das denn verpackt? Erstens ein Ort in der Bibliothek. Ich hätte das verpackt, in dem ich einen jemanden finde. Und der sagt, ja, ich hab von einem geheimen Ort gehört. Aber der ist... Der ist... Der ist irgendwo... Der ist... Der ist verschwunden. Es gab mal, dass du von diesem Gewölbe hörst. Du hörst von einem Archiv, das mal unter der Stadt herrschte, was aber keiner mehr gefunden hat. Und du musst dann den Eingang finden, dass du irgendeine Information kriegst, dass in diesem Stadt wohl mal ein Archiv herrschte und keiner mehr von dem Ort weiß. Und dann kriegst du halt die Aufgabe und musst Informationen finden, wie du selber von diesem Gewölbe erfährst. Dass du halt erfährst, es gab mal eins von irgend... Dass jemand das weiß, aber die Information, wo das hin ist, weiß keiner mehr. Und dann findest du dieses Gewölbe. Wäre doch... Wäre doch viel spannender, oder? Dass du von so einem Geheimnis aus der Stadt erfährst. Ja, ich beschwere mich ja nicht viel. Ich beschwere mich nur, dass sich das echt doof angefühlt hat. Also echt. Wirklich. Also beschwere ich mich auch nicht. Aber das fand ich halt echt nicht schön. Bist du... Nein! Wirklich! Oh, was ein Zufall! Äh, glaub ich dir! Äh, selbst natürlich ist das schwer. Deswegen zum Beispiel... Äh... Cyberpunk. Ich hab da letztens einen Artikel drüber gelesen, wie Nebenquests in ein Spiel reinkommen. Und die pitchen wohl regelmäßig mit vier Sätzen eine Nebenquest an. Und das wird... Täglich machen die davon 10 bis 20 Vorschläge, wenn die was haben. Und am Ende kommen von allen Vorschlägen vielleicht 5% sowieso ins... Dass es designt wird. Irgendwie hab ich so einen Artikel gelesen, dass die halt bei, äh... Project Red da ein ganz krasses, äh... Auswahlsystem haben. Und... Ja, das ist aber noch nicht mal Nebenquest. Das ist einer der Hauptquests hier. Ich muss sagen, ja, es fühlt sich halt irgendwie so... Für ein Zufall. Und hättest du mich nur das Gewölbe entdecken lassen? Hättest du mich das Gewölbe entdecken lassen, dann da eine Sprengfalle platzieren? Gut. Ja, bisher fand ich's ja recht gut, aber das fühlte sich halt. Okay, ich scheine. Komm ich da hoch? Ähm. Ja, oder einfach so. Kämpft ihr grad gegeneinander? Alter! Hör auf! Hör auf! Ähm. Ich hab ne Frage. Wo ist meine Rüstung? Ähm. Ähm. Ne, war nicht equippt. Wann hab ich die denn anequippt? Wann hab ich die denn anequippt? Wann ist mir das denn passiert? Wann hab ich denn den anequippt? So, jetzt muss ich wieder zum Schloss. Wann bin ich denn jetzt schon wieder? Nee. Im Knast hast du nix mehr an. Bin gerade, bin gerade, bin gerade hatte ich die ganze Zeit, meine ich die Rüstung an. Also ich war einmal im Knast, aber da hab ich mich, das ist, das ist ungefähr. Letzter Stream, vorletzter Stream. Also ja, aber irgendwie hatte ich die nicht mehr an. So, dann gehen wir jetzt, äh. Nenn ich der Thronräuber, der eingesparte Magistrat. We might scratch another task on our list while we're here, if we are so inclined. We'll make our way there in time. Nenn ich will doch den zum... Ich muss doch jetzt zur... zum Palast. Wahrscheinlich Adelsviertel, ne? As to whether it will be sooner or later, that is for the Arisen to decide. So. Panikst, wenn du jetzt mal so gerade erzählst, in welcher Brawl, was machst du? Würde mich ja interessieren. Bei mir passiert Knast draus, dann hab ich alles angezogen außer Hose. Ach so, der Ochse, ich dachte gerade. Und wir Leute, wir meckern immer viel. Ja, wenn wir das nicht kriegen. So, lustigerweise, ähm, glaube ich jetzt, dass ich, wie gesagt, diese eingeschränkte Schnellreise auch irgendwie mag. Ich verstehe das Design dahinter und mag es. Auch wenn es mir manchmal richtig auf den Keks geht. Hm. So, ich weiß, ich muss jetzt zum Gefängnis und das ist... Ich muss doch zum Gefängnis, oder? Ich muss doch jetzt zum Gef... Nicht, dass er mir schon wieder sagt, ich muss in der Quest was anderes machen. Was? Finde einen Ort mit vielen Büchern. Warum ist das nicht abgehakt? Wehe, das zählt jetzt nicht. Als Tätowierer, okay. Ja doch, ich hab da sogar die Sachen rausgenommen. Wo war denn nochmal der Kerker? Ah, ich musste da hoch. Stimmt, ich war da hoch und dann, glaube ich, nach links. Der lässt mich ja rein, ne? Ja, mit dem hab ich mich abgesprochen. Ich hab auch gerade das Design, dass ich alle Kinder anquatschen musste, um weiterzukommen. Obwohl ich die wichtige Information und die richtige Information schon hatte und auch schon die Idee, wo ich das finde. Und dann geht die Quest nicht weiter, weil ich erst alle Kinder anquatschen muss. Und dann wieder mit dem reden muss, der sagt, ich weiß nicht, wo er hin ist. Obwohl ich schon wusste, dass er auf der Suche nach dem Gewölbe ist. Du hast mich nicht gesehen. Haben die wieder abgeschlossen, sowas aber auch. Hi. Nun habt ihr einen Ort gefunden. Ja! Das Gewölbe. Schon allein der Gedanke an solchen Hörst. Höchstermaßen interessant. Dann führt mich da draußen, wenn ich mich von hier befreit hätte, solltet ihr den Rest des Weges allein finden. Äh, ich bin nicht hier. Die Tür ist nicht offen. Und wir sind auf keinen Fall, haben wir den Plan zu entkommen. Nur damit ihr es wisst. Come along. Ja, wenn ich die einmal schon aufgeschlossen habe, warum machen die die da wieder zu? Ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne von diesen Wachen ist echt der Wahnsinn. Ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne zu entkommen war auch sehr schwer. Besonders nehmen die einen alle Sachen weg, bis auf den Kerkerschlüssel. Dann könnt ihr euch denken, wo wir den versteckt haben die ganze Zeit. Weil wir hatten nichts an, bis auf eine Unterhose. Und ein kleines Hemd. Und ein kleines Hemd. Hallo? Kollege? Wo sind wir denn hin? Kommt mit! Alter, wer soll hier mitkommen? Hä? Der Volk hier nicht. Ja, ich hab's gesehen! Aber, aber die Wachen wundern sich auch nicht. Oh, der steht da. Ich glaub, das soll so. Ich glaub, das soll so, dass der Gefangene da ist. Ja, komm! Ja, komm! Wo willst du hin, guter Mann? Komm! Wohin denn? Ich glaube, ich muss einen anderen Ausgang finden. Ich hab das Gefühl, er will, dass ich den Ausgang finde. So, dann gehen wir mal den anderen. Hier hin? Ah, da hinten hin. Okay. Andy. ... ... ... ... ... Okay, der steht einfach draußen. Komm mit. Die anderen laufen einfach so an ihm vorbei. Der Eingang ist ja auch kein Ausgang. Ja doch, ich durfte da einkommen. Ich habe alle meine Sachen wiedergekriegt. Ja, ist ein praktischer. Ja, ist deutlich praktischer, um sich rein und raus zu schmuggeln. Bist du denn jetzt dabei? Gut, die soll weit genug sein. Habt Dank. Dann schwöre ich, die Schuld eines Tages zu begleichen. Worts sind zwar bloß Schall und Rauch. Am Augenblick kann ich euch nicht mehr bieten. Bitte stadt mir in Besuch auf, wenn ihr Zeit und Lust habt. Vielleicht kann ich jetzt wissen, wenn ich aus den alten Schriften angeeignet habe, euch vom Nutzen sein. Jetzt muss ich bestimmt da den Brabant hier, äh, Bericht erstatten, richtig. Ja, aber vorher kann ich noch meinen Maskenball mitmachen. Moment. Äh, Aufträge. Zeige da. Und dann gehe ich mal in die Gegenstände. Rock. Paper Scissors. Okay. Okay. I have you Learn aught of this scoundrel Who would claim Sollte man seine Waffen wegstecken? Oder ist denen das egal? The Vanguard is yours Lead on Sieht schon cool aus In vornehmen Klamotten Auch mal schön Wieder seine Haare zu sehen Weil mit Waffen Weiß ja nicht Anna sieht nicht so cool aus Kann ja wieder Equipen Ich glaube Ist die Frage Haben sie das Haben sie das integriert Oder ist denen das egal? Man soll ja nur vornehme Klamotten tragen So Leute umdrehen Ihr dürft nicht Richtig Richtig Ich frage mich ob ihr jeden Abend Maskenball ist Ja Das ist korrekt Gut dass mich jetzt niemand erkennt Ich bin ja quasi Anonym Mit der Maske Lange Nacht Hi Guten Tag Mit dem muss ich reden? Der mit den roten Klamotten Ah schön hier Was das für ein langweiliger Maskenball Die Feier im Zuge des Krieges ist falsch Was für ein Krieg? Hi Nichts als öde Pflicht erwartet mich hier nach Boah ist ne richtige Party hier Guckt's euch mal an Stimmung Ah jetzt geht die Musik los Das ist der erste Soverein nach Jahrzehnten Rote Klamotten hatte der an Hi Ich brauche Trinkpause Sie gehört Oh Hier schöne Sachen zu mitnehmen Ach Falls man noch nicht hatte Kann man jetzt ne vornehmende Tunika Und vornehmende Beinkleider mitnehmen Kann ich Lulu auch noch einkleiden Dann kann sie beim nächsten Mal mitkommen Blumenstrauß Oh den könnte ich mal Lulu schenken Da freut die sich bestimmt Kann ich sagen Sorry du konntest nicht mit auf den Ball kommen Aber ich hab dir was Schönes mitgebracht Ist das die Königin? Ich finde es befreiend Mein Gesicht zu verbergen Ich weiß nicht wer es ist Wir wollen Rose kaufen Ah der ist doch das Der mit den roten Klamotten Braucht ihr etwas von mir? Ist der das? Die haben auch Waffen dran Guck mal der hat ein Dolch Wir sollten uns nicht um die Belange anderer kümmern Du siehst eigentlich schon mal gefährlich aus Ah Hier seid Nein Beachtet mich nicht Wir die wir uns hier versammelt haben Sind nichts als namenlose Adlige Es wäre ungehobelt Sich nach jemandem Identität zu erkundigen Diese Blumen symbolisieren meine Liebe für dich Sie verwegt nach ein paar Tagen Dann sterben sie elendig Ich finde die Adlige dürfen ruhig schon mal Anspruch haben Und äußern Dass ihre Spiele eben nur für bestimmte Gamergruppen sind Das muss ja nicht alles spielen können Besonders wenn Zeitdruck und Saisonpässe Seasonpässe All diese Ausgelassenheit Hier ist nicht viel los Ja da ist mir auch schon aufgefallen Für den Maskenball ist ja echt keine Party Und wo ist denn der überhaupt? Der, der, der Ah da Ne den hab ich ja schon angequatscht Du warst es ja nicht ne Keine Zeit zu reden Ich bin furchtbar beschäftigt Ja sehe ich Furchtbar beschäftigt Mit Frauen anglotzen Hi Ja sehr schön Dass du dich da sehr befreiend fühlst Such a lonely place Ja mehr gibt's hier aber nicht Soll ich einfach nur in der Schnee stehen? Ja das ist Maskenball ist hier Ja dann bleiben wir mal auf dem Maskenball stehen Der da war ja sehr angetan Von uns Bleiben wir mal hier Vielleicht hören wir was Und die sind alle Ich kann niemanden erkennen Ich meine hier sind ja tausende von Adeligen Die werden sie bestimmt nicht gegenseitig erkennen Weil sie haben ja Ich meine Wüsstet ihr jetzt ob ich streame oder nicht? Ne oder? Ihr werdet komplett irritiert Besonders weil meine Stimme Ist plötzlich ganz anders Ihr wüsstet doch jetzt nicht mehr wer ich bin Ah da bin ich wieder Ah Rino ist da Wo ist Rino hin? Wer wüsst du und wo ist Rino hin? Ah du bist doch ein Cyborg Puh Keine Sorge ich bin doch noch da Hab mir nur ne Maske angezogen Das war doch Rino oder? Wollen wir miteinander reden? Oder tanzt du einfach zu viel? Ne mit euch kann ich nicht reden Ihr tanzt Ja Wer war denn diese attraktive kluge Person gerade? Eigentlich ist es ein Eigentor Weil ich es war Äh Der Auftrag Solltest du ein Masken mal teilen Um deine Gelegenheit zu suchen Den falschen Souverän zu nähern Doch ein Maskenbalg zu lang Muss ich Wie hab ich? Nähere dich dem falschen Souverän Ich meine ja Dass es der war Mit den roten Klamotten Coole Klamotten hat der an Ich muss mich ausruhen Meine Füße schmerzen vom Tanzen Ähm Hat jemand Der die Quest noch nicht gemacht hat Ne Idee was ich tun muss? Ich bleibe nüchtern Hab morgen viel zu tun Hier ist nicht viel los ne? Vielleicht habt ihr gehört Die Krönungsfeier soll bald abgehören Wie es scheint Der Souverän im Kampf Und Drach verwundet Hat sich endlich erholt Mir ist wohlzumutig Mich hat die Quest 20 Minuten Meines Lebens gekostet Mit meinem Tanzen Nicht schlimmer Hier weiß ich auch nicht Ich muss mir mal eben die Nase pudern Na ich muss mir mal eben kurz die Nase pudern Bis gleich Ich muss mir mal eben So, ich wollte schon wieder Maus und Tastatur. Folge der Wachenfläche, ist das der Typ. Einmal im Kreis der Wachen laufen, das wäre eine Idee. Die Frau ist aber... Ich gehe mich kurz budern. Buda, Buda, Buda. Huch, wo bist du denn auf einmal wieder aufgetaucht? Die läuft hier im Kreis, da laufe ich mir hinterher. Boah, ist das spannend hier. Ja, ich finde bestimmt raus, wie das funktioniert. Moin, der Schattenwandler. Wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, wer auffällig ist, ist er hier. Namenslose Adelige. Sagt Bescheid, mache ich. Danke für diese Art und Weise, Panik. Sehr, sehr schön. Moin, moin, Engel. So macht man das. Möchtest du einen Tipp oder nicht? Exakt so. Reden wir nochmal mit der Dame hier. Die war doch glücklich, sich verstecken zu können, ne? Lass mir von nichts den Arm verderben. Ich soll mich dem Souverän nähern, auf dem Maskenball. Oder bewegen sich Leute. Oder bewegen sich jemanden mit mir ein Drink. Nicht ohne diese Chance. Oh. Ich will nur, wenn ihr ein Quipen hat, finishes without incident. Ähm. Everyone's busy with their own affairs, I see. Drawing in a crowd is only you. Mindless paper is for mindless men. I'm just grateful I get to lead a quiet life. Ähm. I could use a bit of excitement in my life. I'm not sure what to do with myself today. Such quiet use is a blessing. Would that all places were so welcoming as this. Ah. A welcome reprise from the day. Here I might reflect on my affairs in place. There's no shame in living life for its pleasures. Would that all my... Armatao preoccupied just now, if you can't tell. Mmh. Ich glaube, ich muss zum nächsten Maskenball. Hoffentlich ist der nächste Abend schon wieder ein Maskenball. Das war jetzt echt verwirrend. Was hätte ich denn anders machen können? Ich hab mich mit jedem unterhalten. Ich hab neben denen gestanden. Ich bin Leuten hinterhergelaufen. Ich hab alles erkundet, was da war. Ich hab mich mit dem, 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 was da war.